Also ganz ehrlich, hätte mir jemand gesagt, Kali verlässt den Server und löst sich auf und alle hören auf mit der P, dann hätte ich wahrscheinlich gejubelt und gefeiert. Die Leute sollen nicht falsch verstehen, wenn ich sage Opportunisten. Guck mal, es gibt den Unterschied zwischen dem Typen, der zugibt, Jungs, ich mach das, weil ich streamen will und so weiter und so weiter. Bei allem Respekt Jungs und Mädels. Diese Mühe, die wir uns hier reinstecken in Streaming, natürlich machen wir das, weil wir am Ende Resultat Geld machen wollen. 100 Prozent. Also du kannst im Prinzip mit niemandem gar nichts reden und das war halt bei euch nicht so. Die ganzen Kanon-Jungs sind halt einfach real. Da sind einfach keine Wichser dabei. Das sind einfach gerade Typen. Darum habe ich das auch immer sehr gefeiert und mag die auch heute noch sehr, sehr gerne. Die spielen alle keine Rolle. Das ist das Problem. Wenn einer zu mir kommt und sagt, du H-Punkt, dann sagt er das zu Luper. Ich bin nicht Luper, ich bin Dominik. Ich lebe nicht in Los Santos. Ich sag dir ehrlich, Bruder, ich glaube, wir sind so Kandidaten, wir sollten das Maximum auch sehen, was wir machen. Dann fast totgeprügelt worden. 17 Stunden Not-OP. Da wurde quasi von einem Ohr zum anderen aufgeschnitten. Gesicht abgeklappt. Und anhand von Ausweisfotos Gesicht nachkonstruiert. Also ich hatte früher eine andere Nase. Qualität ist top. Luper ist geil. Super ist mit seiner... So, in diesem Sinne, Chat, wir machen diese Podcast wieder clean. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge nur auf Krampf Podcast. Mit der lebenden Legende, der sich immer treu geblieben ist, die ganze Zeit, seitdem wir ihn kennen. Der Luper, beziehungsweise heute auch Twitch-Streamer, beziehungsweise Vollzeit-Twitch-Streamer, Vollzeit-RP-Spieler, der bekannt geworden ist mit seinem Charakter Luper. Ja, ähm, ein Zivilist tatsächlich, der sich, so finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, dass sich durchgesetzt hat durch diese ganze Streaming-Welt mit seinem RP und immer seiner Linie treu geblieben ist und immer Priorität aufs RP gelegt hat. Ja, selbst in der 5M-Szene. Ja, dementsprechend, ähm, großen, großen Respekt geht an der Stelle. Und vielen, vielen lieben Dank, Bruder, dass du heute am Start bist. Bisschen Talken über Gott und die Welt, bisschen über RP. Du warst auch ganz entspannt. Paulana Spezi rechts an der Seite, ja. An der Stelle gibt's bei mir Loot. Und, äh, ja. Bruder, für die Leute, die dich noch nicht kennen, wer ist Luper? Äh, boah, das ist natürlich eine kritische Frage, ne? Wer ist Luper? Luper ist, äh, alles, äh, oder Luper ist alles das, wofür ich im echten Leben nicht die Eier hab, so weißt du, wie ich mein? Okay. Äh, Luper ist so das, äh, schlechte Äquivalent, äh, zu Dominik, würde ich so jetzt sagen. Dominik, bürgerlicher Name, okay. Schlechtes Äquivalent. Warum schlechtes Äquivalent? Was macht Luper? Also, ich muss sagen, Luper ist ruhiger geworden. Luper war anfangs ja ganz, ganz schlimm. Ich hab anfangs ja den Charakter gespielt, der hat ständig irgendwie so den Dialekt gewechselt. Und auch die Rollen von dem alten Mann zu einem spanischen Auftragsmörder und so, es war todesanstrengend. Dann hat sich irgendwann dieser Opa durchgesetzt, Opa Luper, und der war halt sehr, sehr schlimm, weil das halt ein ganz, ganz schwerer Sexist ist und, äh, der halt alles uncringed, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber mittlerweile, muss ich sagen, ist, äh, Luper eigentlich auch sehr ruhig geworden, so. Der, äh, ist bei weitem nicht mehr so schlimm, wie er mal war. Ist gesellschaftstauglich geworden, würde ich fast mal sagen. Würdest du sagen, das ist kritisch, so, sag ich mal, sexistisch zu sein im RP? Findest du es kritisch, allgemein, sowas darzustellen? Ähm, schwierig. Also, die Intention war eigentlich zu zeigen, wie es, wie es nicht gehen sollte. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, ich hab über die, über die Zeit erstens viele Erlebnisse gehabt, ähm, wo ich mich einfach schlecht gefühlt hab. Mhm. So, wo ich auch einfach gemerkt hab, okay, das war jetzt einfach drüber. Mhm. Und, äh, es ist okay, drüber zu sein, so im RP, weil du hast halt, ich mein, wir sind alle wie so Impro-Schauspieler. Du hast kein Drehbuch, du fängst einfach drauf an zu reden. Und du kannst halt nicht immer hundertprozentig Dinge sagen, die, die cool sind. So, manchmal lässt du halt einfach auch Dinge raus, die einfach dumm sind, so, die man sich sparen kann. Mhm. Aber in dem Moment, wo du dann, gerade wenn es um so Frauen, um Sexismus und sowas geht, wenn du dann Sprüche droppst, wo du merkst, okay, die haben jetzt dein Gegenüber irgendwie getroffen und bringen die in einem Spiel, wo sie Spaß haben will, in eine Situation, wo sie sich unwohl fühlt, dann fängt man halt schon irgendwie an, sich zu hinterfragen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dann selber unwohl fühle, aufgrund von dem Bullshit, den ich vor mir gebe, hab ich schon ein bisschen angefangen zu überlegen und auch zu bremsen. Also, eigentlich ist dieser Charakter dafür gedacht, zu zeigen, wie es nicht geht. Mhm. Aber trotzdem komm ich halt immer wieder an Punkte und hab das alles sehr, sehr abgeschwächt mittlerweile, weil ich einfach merke, dass es oft auch missverstanden werden kann von der einen oder anderen. Und das möchte ich nicht. Möchte nicht, dass die Leute sich unwohl fühlen. Okay, ja, ist verständlich, natürlich. Ich denke mal auch als Streamer, in deinem Fall, du bist auch Twitch Partner, du lebst Vollzeit davon, du hast ein gewisses Maß an Verantwortung tatsächlich, was auch irgendwo damit hängt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du auch irgendwo eine gewisse Verantwortung hast gegenüber deinen Zuschauern, gerade auch so welche, die so ein bisschen jünger sind tatsächlich? Oder würdest du sagen, guck mal, das ist mein Content, ich produziere meinen Content, der nach meinem Masse ist und demnach gehe ich auch. Ja, also ich glaube jeder, der Zuschauer hat, und es spielt jetzt keine Rolle, wie viele er hat, ob das jetzt 100 sind oder 100.000 oder 10, in dem Moment, wo du Dinge öffentlich zugänglich machst, kannst du halt davon ausgehen, dass Leute das konsumieren und sich anschauen, gut finden, nicht gut finden, wie auch immer. Und in dem Moment hast du immer eine Vorbildfunktion, wenn du irgendwelche Dinge in der Öffentlichkeit machst. Die Frage ist halt immer bis zu einem gewissen Maß. Es ist immer leicht zu sagen, so mein Stream ist ab 18 gekennzeichnet. Ja, so kann man jetzt sagen und kann man sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn die Eltern irgendwie nicht auf ihre Kinder aufpassen und nicht gucken, was die sich für Sachen reinziehen. Und andererseits ist man halt auch realistisch genug zu sagen, hey, jeder, der irgendwie, keine Ahnung, 10, 11, 12 Jahre ist, weiß, wie das Internet funktioniert, findet Twitch. Und wir sind halt einfach nicht mehr in Zeiten, wo die Eltern rund um die Uhr irgendwie hinter den Kids stehen und sich reinziehen, was sie da anschauen. Insofern hat jeder eine Verantwortung und muss sich da auch gerecht sein, also, beziehungsweise muss der gerecht werden. Komme ich dir immer nach? Nein. Arbeite ich dran? Ja. Okay. Also sind mir die Dinge bewusst und je länger ich... sag ich mal, in dieser Szene dabei bin und je länger ich Content mache, umso bewusster werde ich mir und umso verantwortungsvoller versuche ich auch damit umzugehen. Was mir leider nicht immer gelingt. Ja. Muss ich austacken. Verstehe ich. Die Sache ist halt auch irgendwo, an solchen Punkten darf man aber auch nicht zu oft in Selbstmitleid geraten. Weil irgendwo, wenn, das Problem ist halt, ich merke auch auf Twitch, viele Leute versuchen sich immer wieder neu zu kreieren. So. Immer wieder neu zu erfinden. Und dadurch haben sie keinen wirklich seidenen Faden, denen sie folgen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwer auf Twitch wirklich guten Livestream-Content zu machen. Weil Livestream-Content ist nochmal ein anderer Content als, sag ich mal, Videocontent wie YouTube und so weiter. Videocontent wie YouTube. Du kannst nach einem Skript gehen. Du hältst dich an dieses Skript und genau so baust du das Video auf und lädst dann hoch. Als Livestreamer, du musst du ja 24-7, also wirklich jede Sekunde irgendwie unterhaltsam sein. Oder im allgemeinen Maße musst du halt durchgehend unterhaltsam sein. Manchmal hast du so Momente, wo du einfach ganz ruhig bist. Manchmal hast du Momente, wo du viel redest, wo du sehr lustig bist. Manchmal bist du gehypt, manchmal bist du weniger gehypt. Und meinst du, wenn man zu sehr sich den Kopf macht darum, Verantwortung zu haben, dass das irgendwie kaputt geht? Also das Problem hab ich manchmal. Also das ist halt wirklich schwierig zu beantworten. Also grundsätzlich, ich bin halt immer dem Motto gefolgt, ich verbiege mich nicht für nichts und für niemanden. Und dem bin ich treu geblieben. Also ich hab diesen Faden, ich folg den Schönen immer. Mir ist egal, wer da um mich rum ist. Die Umstände, das ist mir alles scheißegal. Ich hab mich nie irgendwie verbogen. Ich bin immer dem treu geblieben, wie ich bin und wie ich das sehe. Ich würde es auch nicht tun. Allerdings komme ich halt selber persönlich an Grenzen, wo ich einfach sage, okay, ich hab mich einfach verändert. Ich hab mich, oder ich mach grad eine Entwicklung durch Privat. Ich entwickle mich weiter. Und dann hinterfrage ich mich schon. Und kann auch dann sein, dass ich gewisse Dinge anpasse. Aber das sind dann Dinge, die ich aus Überzeugung für mich persönlich privat tue und nicht, weil irgendwelche Leute das erwarten. Also wenn jetzt irgendjemand zu mir kommt und sagt, dein Content ist beschissen, weil es exist ist, dann juckt mich das nicht. Weil solange ich das verantworten kann und solange ich es cool finde, ist es cool. Punkt. Wenn ich aber an den Punkt komme, wo ich mir sage, ey, wenn ich jetzt eine Tochter habe, die 13, 14 ist und sich das anschaut, würde ich der dann in dem Moment gerne in die Augen schauen? Nein, dann fängt man an zu denken und denkt sich, okay, vielleicht schaut irgendeine andere 13, 14-jährige Tochter zu, die sich da gerade diesen Spruch reingezogen hat. Und dann überlegt man schon. Also ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen so ein Altersding einfach. Solche Gedanken hast du nicht mit 20, Anfang 20. Der juckt dich das nicht. Ja, absolut. Aber man wird älter. Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich merke das auch so langsam, aber sicher. Ich habe eine ganz andere Einschöne, als ich mit Anfang 20 hatte. Du wirst auch irgendwo ein bisschen ruhiger. Ja, du wirst ein bisschen ruhiger. Deine Worte sind mehr mit Bedacht tatsächlich, teilweise. Gut, ich kenne auch einige, vor allem hier in dieser Szene, die sind teilweise älter als ich. Und da denke ich mir so, was bist du für ein Volltrottel? Und denkst du darüber nach, was du da gerade sagst? Ich persönlich, ich kann zum Beispiel verstehen, dass Menschen emotional sind. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass wenn man zum Beispiel mit 30 seine Emotionen als Mann zum Beispiel nicht großartig unter Kontrolle hat. So wenn man immer noch so übelst ausschweift und seine Grenzen nicht kennt. Wie mit 20, weißt du? Da differenziere ich so ein bisschen. Aber wie gesagt, nicht jeder ist perfekt. Es ist auch ein bisschen, ich glaube, es ist auch ein bisschen anmaßend, wenn man sowas... Ist auch okay, es muss nicht jeder perfekt sein. Wichtig ist, dass man halt irgendwie reflektiert und auch, wenn es Handlungsbedarf gibt, einfach in der Lage ist zu reflektieren und dann auch Dinge zu ändern. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Erstmal auch an der Stelle an die ganzen neuen Zuschauer hier draußen, jetzt gerade auch von Looper hier sind, herzlich willkommen. Ihr könnt gerne, ihr könnt gerne Fragen stellen, falls euch irgendwas interessiert. Wir können gerne auf Fragen eingehen. Die Mods werden das extra aufschreiben und dann werden wir nach und nach auch ab und zu mal Fragen eingehen. Was mich aber interessiert, so bevor wir über großartig diese ganzen Themen reden, ist, erzähl mal so ein bisschen von dir und deinem Werdegang. Ich weiß nicht, wie sehr du verbunden bist mit deiner Community. Ich weiß, du hast eine sehr, sehr eigene Community tatsächlich. Das ist halt wirklich etwas, das ist wirklich ein Phänomen. Bin ich auch stolz drauf. Das glaube ich dir. Du hast eine sehr, sehr eigene Community, die tatsächlich auch wirklich dich speziell guckt. Und meiner Meinung nach auch, das ist wirklich ein krasser Meilenstein, den man erreicht auf Twitch. Die Sache ist aber tatsächlich, Herr Donowolt, uns alle sehe ich schon im Chat. Chat, gewöhnt euch jetzt schon mal daran. Ich weiß nicht, ob alles eingehen wird. Ich habe nur die Kamera auf. Ich lese keinen Text und so, weil es kommen mit Sicherheit wieder irgendwie, ey, sag dem Motherfucker mal, er soll von der Klippe springen oder so. Tom, ich habe immer nur da unser Ding offen. Sehr gut, sehr gut. Du bist gleich, wenn du an die Kommentare bist, du eh schon gewinnen. Auf jeden Fall, du hast eine sehr, sehr eigene Community. Was ich sehr, sehr faszinierend finde, die Sache ist halt, hast du schon viel über dich selber geredet, mit deiner Community hast du viel über dich geteilt. Bist du jemand, der sowas macht oder möchtest du das grundsätzlich mal auch hier in diesem Podcast? Also, ja und nein. Nein, ich habe schon immer wieder so Momente, wo ich das tue. Ich habe immer wieder auch so den Impuls zu sagen, okay, wir gehen jetzt mehr in diese Richtung. Wir machen mal so einen Donnerstalk. Wir machen mal dies, wir machen mal das. Aber letztendlich so zum Schluss, in letzter Konsequenz, nein. Ich teile nicht so viel mit der Community, wie es vielleicht sein sollte, wie sie verdient hat. Das Problem ist halt einfach, ich sehe mich als Unterhalter. So, wenn die Leute da sind, dann sollen die einfach Spaß haben und abschalten können. Jeder hat so sein Päckchen und jeder hat es irgendwie schwer im Leben, jeder hat Probleme. Und ich fühle das nicht, wenn sich Leute dann vor die Kamera sitzen und irgendwie, ich meine, klar, wenn es einem schlecht geht, geht es einem schlecht. Dann kann man darüber reden, so nicht falsch verstehen. Aber es geht halt dann schnell auch in so eine Domian-Sorgen-Hotline-Ding rein. Und da will ich eigentlich nicht hin. Ich möchte eigentlich, dass es den Leuten das Spaß macht. Ich möchte, dass sie abschalten können, dass sie Spaß haben können. Und will jetzt da auch nicht groß über meine privaten Probleme diskutieren, weil es zieht halt einfach nur runter. Es drückt die Stimmung und ich möchte, dass die Leute einfach Spaß haben. Darum habe ich das eigentlich immer weitgehend, auch in meinem Privatleben, da rausgehalten. Ich bin gar nicht der Typ für sowas. So, ich bin, ich habe auch mit dieser Twitch-Bubble, mit dieser Twitch-Welt nichts zu tun. So, ich halte mich da immer fern. Weder von irgendwelchen, ich bin in keinem Klicken, ich bin in keinen Bubbles, ich gehe zu keinen Großveranstaltungen oder sonst was. Ich halte mich da einfach raus. Es ist nicht meine Welt. Okay, ich verstehe das. Das finde ich auch irgendwo gut. Es ist nicht verwerflich, weil im Grunde genommen so diese Events zu besuchen und so weiter, das, was du halt nun mal tust als Streamers zu netzwerken. Du lernst andere Leute kennen und so weiter und so fort. Und das ist nun mal auch empfehlenswert, als Streamer oder als Content-Creator zu netzwerken. Vielleicht mal so kooperationmäßig was zu machen, im Sinne von mit anderen Streamern zusammen irgendein Projekt aufzubauen. Was jetzt nämlich viele machen, ist jetzt gerade Minecraft, also Stand jetzt. Minecraft ist ja wieder so ein bisschen im Hype. Leute bauen gerade Server auf oder spielen gerade gemeinsam auf Server. Also das, was gerade zum Beispiel Rohat macht, Rohat ist ja zum Beispiel, der hat einfach aus Spaß einen Server gemacht. Und auf einmal kam so der Streamer, dann der Streamer, dann wollten auf einmal mehrere Streamer daran teilnehmen. Und jetzt spielen das irgendwie alle und das ist jetzt das voll das gehypte Projekt, was der aufgebaut hat. So aus dem Nichts. Ja. Es ist okay. Ja, ist okay. Das ist halt das Business. Nur die Sache ist, es gibt... Also ich habe tatsächlich auch Minecraft gespielt, jetzt schon zweimal. Aber mir war nicht bewusst, dass da irgendein Hype entsteht. Ich habe das einfach mal gesehen und fand es irgendwie interessant. Ich habe es mal vor zwei Jahren auf der Xbox gespielt. Das hat mir gar nicht gefallen, weil ich es nicht gecheckt habe. Ich habe mich irgendwie eine Stunde im Boden gegraben und bin nicht mehr hochgekommen. Dann habe ich es gelöscht. Ich bin halt auch immer sehr lost. Ich habe mit zwei Leuten von Coaleone gespielt. Ah, okay, okay. Coaleone ist auch nochmal ein interessantes Thema. Da habe ich auch noch ein paar Fragen zu. Gerne, gerne. Ich habe mal eine Frage an dich. Wie rauchst du in deinem Stream? Nein. Also ich rauche gar nicht. Achso, okay. Jetzt bin ich in deinem Stream, dann brauche ich nicht. Aber es ist kein Problem. Du kannst das gerne... Oder mach. Nein, aber dann sieht man das ja auf deinem Kanal. Und das will ich nicht. Das ist ja dann für dich werbeunfreundlich. Die ist das. Naja, also ich kann dir sagen, mein Sponsor ist cool. Mein Sponsor ist cool. Deswegen halb so wild. Ja, aber wenn deine Community eine Nichtraucher-Community ist, dann halte ich das schon mal aus. Ich glaube, meine Community ist aus so Classic-Leuten die Zigarillos nebenbei. Echt jetzt? Also dürfte ich hier rauchen? Die meisten aus meiner Community sind so alt wie ich oder älter teilweise. Ich bin dir nicht wieder da. Chat, wir lassen den Bruder nicht schmachten, oder? Seid mal ehrlich, Bruder. Chat, eins in den Chat, wenn wir den Bruder jetzt nicht hier schmachten lassen. Alles gut. Ja. Guck mal, da schreiben schon Leute. Leute schreiben schon im Chat. Leute schreiben schon im Chat Rauchjamaniak. Alles gut, alles gut. Aber jetzt irgendwie ist es unsympathisch auch, ne? Aber ich habe vorher vergessen noch eine zu rauchen und jetzt... Oder? Ich rauche halt einfach gerne. Alles gut. Mein gesamter Freundeskreis besteht aus Rauchern. So deswegen halb so wild. Ist klar. Okay. Easy. Auf jeden Fall. Aber an der Stelle natürlich Kids nicht rauchen, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Bitte. Thema Verantwortung. Richtig. Aber guck mal, du bist wenigstens real. Du gibst wenigstens zu. So, du versuchst dich auf Krampf so dieses so Ding zu sein. Das Ding ist halt, ihr seht doch außerhalb von dem, was ihr in den Streams seht, Leute, die rauchen. Deswegen, wir können nicht für alles Verantwortung übernehmen. So. Wie dem auch sei, aber Bruder, was mich trotzdem interessieren, ist so ein bisschen, wer ist Luper, beziehungsweise wer ist Dominik, ja? So, vielleicht, ob du uns so einen kleinen Einblick über deinen Werdegang erzählst, so, wie du aufgewachsen bist, von wo du eigentlich ursprünglich herkommst. Weil, ich kann mich noch an die Konversation, weißt du noch damals im Discord mit, 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 und so, und da hatten wir einfach so einen Talk, und der ging mehrere Stunden, und das war halt so voll, das war sehr entspannt. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, mit dir da übersetzt zu hören. Das ist aber auch einer der wenigen Momente gewesen. Also, ich muss auch sagen, alleine, dass ich da in dem Call war und so, ist für mich schon klasse Überwindung, aber keine Ahnung, es war halt wie Brüder, ne? So Kanon war einfach immer cool, immer schöne Zeit und so, und ich hatte halt bei euch auch nie das Gefühl, dass ich da irgendwie aufpassen muss, was ich sage, dass da irgendjemand irgendwie was aufnimmt und dann irgendwo liegt oder so. Aber, äh, so fängt's ja schon an. Es ist, es ist so ein schmutziges, räudiges Geschäft, ne? Jeder meint, er kann dein Freund sein, dies, das. Also, du kannst im Prinzip mit niemandem gar nix reden, und das war halt bei euch nicht so. Die ganzen Kanon-Jungs sind halt einfach real. So, da sind einfach keine Wichser dabei. Das sind einfach gerade, gerade Typen so. Darum hab ich das auch immer sehr gefeiert und mag die auch heute noch sehr, sehr gern. So, ja, gut. Es gibt halt viele Leute aufgrund der Tatsache, was wir im RP mit denen machen, die mögen uns da nicht mehr, aber wir nukes oder so halt. Also, ich, ich, das ist auch so eine Sache. Ich meine, wir beide kommen von einem Server auch, ursprünglich, aus Immortal tatsächlich, wo dieses OOC wirklich überhand genommen hat. Aber ich sag dir, ich sag dir, wie es ist. Ich kann, Stand heute, wenn mir irgendeiner kommt, der wird OOC oder der hat irgendein Problem mit mir auf einmal, weil ich im Spiel eine Ansage gemacht hab oder ein Kontra gegeben hab und das war ein hartes Kontra. Ja, wie zum Beispiel Mandela. Oder Mandela hat gegen alles und jeden geschossen, Lloyd schießt gegen alles und jeden. Wenn du dann ein OOC-Problem hast, boah, ich kann dich nicht ernst nehmen. Ich kann dich nicht ernst nehmen, wirklich. Also, es ist für mich, ich lache nur noch darüber, weil das Ding ist, ich hab selber gemerkt an dem Punkt, als ich an den Punkt gekommen bin, dass mir gewisse Sachen zu sehr an Herzen liegen, hab ich angefangen dran zu arbeiten, dass das eigentlich wirklich zu realisieren, dass das nur ein Spiel ist. Es ist als Außenstehender so einfach darüber zu reden, zu sagen, das ist nur ein Spiel. Warum regt ihr euch so auf? Wenn du in der RP bist und es mehrere Stunden spielst und es ist wirklich, es ist, es nimmt ein Überhand, beziehungsweise es hat einen sehr, sehr großen Anteil in deinem Leben. Es ist halt Second Life einfach. Second Life, ja. Auf jeden Fall. Dementsprechend ist es normal, dass manche Leute OOC werden, aber als ich an diesem Punkt angekommen bin, hab ich angefangen, mich so ein bisschen zu schämen für mich selber, dafür, dass ich meine Energie für sowas verschwende. Und seitdem ich bin jetzt so nach dem Motto, ich sag das, was ich denke, ich sag das, worauf ich gerade Bock hab, ich verstöße nicht gegen Regeln, das ist, solange ich gegen keine Regeln verstöße, ist alles in Ordnung, aber ich mach und sag, was ich will. So. Ne, ne, und ich hab das auch gefeiert, wie manche Charaktere das ruhig gezogen haben, ohne wirklich die, 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 die richtigen, die nötigen Ressourcen zu haben, um sich vielleicht sogar dagegen zu wehren, weil du weißt ja selber, im Crime-RP machst du dem und dem eine Ansage, äh, der kommt direkt vor deine Tür und will schießen, ja, dann ist direkt wieder Gambo. Und hast du halt, der gräbt, der gräbt, der gräbt deine Toten aus. Aber richtig, mit Benzin. So, weißt du, äh, ich lach nur noch darüber, so. Aber weißt du, wie, weißt du, wie das nicht passiert, und ich hab den Tipp schon so oft gegeben, die spielen eine Rolle. Die spielen alle keine Rolle, das ist das Problem. Wenn einer zu mir kommt und sagt, du, H-Punkt, so, dann sagt er das zu Luper, ich bin nicht Luper, ich bin Dominik. So, ich leb nicht in Los Santos, so, wenn der sagt, du bist dies, du bist das, so, es betrifft mich ja nicht, ich bin ja nicht diese Figur, das bin ja nicht ich, der kann zu dem sagen, was er will. Aber wenn du dich halt selber spielst im RP, wenn du am besten noch denselben Namen hast, den du, den du OOC trägst, dass du dich dann nicht klar von dieser Spielfigur distanzieren und abkapseln kannst, dann ist das schon richtig. Ja. Also. Das ist das, aber diese, guck mal, Bruder, jetzt mal ehrlich, diese Frage haben uns. Oder diese Diskussion haben wir seit Anbeginn von RP, vor allen Dingen 5M, so, wo RP wirklich so ein bisschen immer mehr Mainstream geworden ist. So, seit Anbeginn dieser Zeit gibt es diese Diskussion und es hat sich nie geändert. Ich habe gar keine großen Hoffnungen mehr deswegen. So, ich akzeptiere, dass diese Leute existieren und dass das da ist und, äh, wenn der sich jetzt über mich abfuckt, was willst du, was will der jetzt machen? So, was willst du jetzt machen? Willst du dich jetzt über mich abfucken? Willst du mich im Internet abfucken? Ja, kein Problem, Bruder, ich blockiere dich, fertig. Motto, du bist irgendwie relevant für mein Leben, Bruder. Motto, du kommst jetzt vor meine Tür und machst irgendwas. Also, ihr seid doch alle Bubbler. Ihr seid doch alle Bubbler, die einfach nur sich emotional nicht im Griff haben. Das ist doch das Problem. So, gerade in der Crime-Szene. So, es ist einfach so. Die meisten, die meisten da draußen sind Bubbler, die halt sich emotional nicht im Griff haben, sich dann sogar abfucken über das, was ich jetzt gerade sage und sich denken, was denkt dieser Hagatore, wer der ist, dass der so redet. Ich sag dir, wer ich bin. Lass mal rausfinden, wo der wohnt. Ja, tamam, okay, komm. So, äh, so. Ja, nee, ey, ich will nicht meine Probleme jetzt heraus provozieren, weil ich weiß, was es für Leute gibt da draußen, die Knacks haben. So, ey, ich will keine Probleme anziehen, so. Natürlich nicht. Ich bin kein Trottel. Aber so, ich nehme mir das einfach nicht zu Herzen, weil, Bruder, ich habe noch das echte Leben und da habe ich Probleme. Da existieren mögliche Probleme. Weißt du, was ich meine? Ja. So, deswegen kann ich mir das nicht mehr zu Herzen nehmen. Ich brauche diese emotionale Energie, die ich habe, die muss ich für mein Leben reinstecken. Und die andere Sache ist auch, bestes Beispiel ist solche Kostüm Arben. So, da sage ich jetzt bestes Beispiel. Dieser Junge, 0,0 gibt dir einen Fick in diesem Spiel. Wirklich, 0,0. Der macht einfach und lacht. So, der lacht. Und der lacht auch noch immer noch in den Calls, wenn Leute sich über ihn beschweren, wenn er irgendetwas gemacht haben soll, was zu weit ging. So, und da habe ich halt auch Respekt. Er kann wirklich dieses ICOC komplett von einem unterscheiden und denkt sich so, wenn ich meinen PC ausmache, ich habe Frau, Familie, meine Geschwister, meine Arbeit und so weiter und so fort. So, ich habe mein Privatleben. Da muss ich diese Energie reinstecken. So. Das Problem ist aber auch, ich spiele mit sehr vielen jungen Leuten. Sehr viele junge Leute, die auch aus dieser Generation Gaming kommen und so weiter. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst. Wir sind beide schon ein bisschen älter. Deswegen, wir nehmen gewisse Sachen auch anders wahr als die. Ich glaube halt, diese Generation, die jünger ist, die nimmt diese Szene und allgemein Gaming ganz anders wahr. So, die handhaben das auch ganz anders. Ganz anderen Stellenwert, ja. Genau. Und die handhaben das auch grundsätzlich anders als wir damals, als wir mit Gaming angefangen haben. Früher bei uns, Gaming fing mit Konsolen an. Da war Internet Connection noch nicht so krass. Wo wir angefangen haben mit Playstation 1, mit Sonic auf der Dingens. Wie heißt die? Wie hieß das nochmal? Wie ist nochmal diese Kugel? Mega Mega Drive. Genau. Ja, boah. Klassiker. Klassiker. Mit Sonic oder Super Nintendo oder als dann die Playstation 1 gekommen. Da war es halt Zeitvertreib und nicht Ego auf Poliermaschine Second Life. Die ist das. Du hast dann mit deinen Freunden irgendwie mal 10 Minuten gespielt und dann bist du wieder Fußball spielen gegangen. Aber du hast ja auch Erfahrungen in beiden Seiten gesammelt. Du machst sehr viel CV-RP und du hast halt auch mit Crime-RP auch Verbindungen gehabt. Du warst mal bei uns. Du warst noch eine Zeitlein bei Kali, was auch viele gefragt haben, wie war deine Zeit dort. Erzähl mal so ein bisschen, wie du das aktuell so wahrnimmst. Wie war das, was wir jetzt gerade reden? Meinst du jetzt mit Kali speziell? Unter anderem, ja. Aber so ein bisschen diese Szene, ich meine, du hast sehr viel Erfahrung gemacht, deswegen. Ich kann sagen, ich habe Kali gehasst. Ich habe, also ganz ehrlich, hätte mir jemand gesagt, Kali verlässt den Server und löst sich auf und alle hören auf mit der P, dann hätte ich wahrscheinlich gejubelt und gefeiert. Ich habe wirklich, also das ging wirklich schon fast in die OOC-Richtung teilweise. Ich bin null auf die Klage gekommen, so auf diese ganzen Persönlichkeiten. Ich bin aber auch froh, dass es so war, weil irgendwann hat man sich angenähert und irgendwann war ich dann sogar bei Kali und habe gemerkt, dass das halt einfach auch alles richtig nette Leute sind. Und da habe ich halt auch wieder viel über mich gelernt, sodass du halt nicht einfach irgendwie so schnell urteilen darfst. Das waren alles so korrekte Jungs und die haben mich dann so herzlich aufgenommen und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und dann habe ich die alle geliebt, so mega in mein Herz geschlossen. Aber da siehst du auch, selbst wenn du irgendwie alt genug bist und reif genug und sonst was, auch dann bist du da nicht voll geschützt. Wenn die in so einer Masse auftreten und dich irgendwie jeden Tag abfacken, dann kippt es auch irgendwann. Das ist einfach immer schwierig. Aber man darf da einfach nicht so schnell ein Urteil bilden. Ich habe die Zeit sehr genossen. Die Jungs waren sehr, sehr witzig. Ich hatte sehr viel Spaß. Alles sehr, sehr liebe Jungs. Und das war eigentlich immer so mit Crime Appellern. Wenn du irgendwie denen gegenüberstehst, das ist immer sehr unangenehm. Aber wenn du dann mit denen mal dich irgendwie beschäftigst, merkst, dass es eigentlich alles korrekte Leute sind. Und der Großteil ist ja auch immer in Ordnung. Es sind halt immer diese paar Arschlöcher, die reinscheißen und dann letztendlich auch den Ruf von irgendwelchen Organisationen, Familien, sonst was kaputt machen. Aber in der Regel sind ja 80, 90 Prozent immer völlig in Ordnung, wenn man die dann mal kennenlernt. Keiner steht mit dem Vorsatz wahrscheinlich auf, heute maximal viel Leute abzufacken oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es war schön zu sehen, auch dieser Wandel. Die Community hat das ja auch mitbekommen. Ich habe ja diese krasse Vorgeschichte mit Carly, mit dem Autohaus, wie die jeden Tag da das abgefackelt haben. Es hat halt sehr genervt, weil wir immer sehr viel Zeit, wir haben immer eineinhalb Stunden gebraucht, um die ganzen Autos hinzustellen. Dann kamen die, haben alle kaputt gemacht. Dann haben wir wieder eineinhalb Stunden die Autos aufgebaut, dann sind die wieder gekommen. Das war halt auch so ein bisschen mies. Aber halt nur aus unserer Sicht. Wir haben halt auch wieder ihnen nicht den Raum gegeben, haben nicht uns ihre Story angeguckt und so. Und dann da dabei zu sein, die Jungs kennenzulernen, war für mich einfach eine coole Erfahrung. War gut. Hat Spaß gemacht. Also nur positive Erinnerungen an die Zeit. Wenn du so RP heute und damals vergleichst, vermisst du ein bisschen so damals, wie man RP gespielt hat, oder findest du es heute gut? Ja, furchtbar. Also ich wollte auch mit RP aufhören, sage ich dir ehrlich, weil ich einfach, wie soll man das nennen, eine RP-Depression bekommen habe. Ja, ja. Also jetzt nicht so im normalen Leben, aber im RP. Also ich, es gab mir nichts mehr. Ich habe dann auf Red Dead gewechselt. Das hat halt meinen Kanal erst mal komplett zerstört, weil ich meine, du bist auch selber schuld, wenn du dir eine Community aufbaust auf GTA RP und dann einfach wechselst du, dann ist dir klar, was die Folgen sind. War mir egal. Also ich habe das dann wieder durchgezogen, habe mir gut getan. Red Dead ist sehr erwachsen, viele ältere Spielerschaft, war sehr, sehr schönes RP. Aber mit GTA RP, glaube ich, hätte ich aufgehört, wenn jetzt nicht Coalione gekommen wäre. Das ist auch interessant, du warst davor auf Hope, eigentlich wenn man so sagt, so Hope ist aktuell, was so Streamer-technisch angeht, sehr gehypt, ja, die größte Streamer-Stream aktuell da drauf, wobei es gibt inzwischen auch einen anderen Server, wo viele große Streamer drauf spielen, aber so Hope war so der Streamer-Server, nachdem Immortal, sage ich mal, so ein bisschen untergegangen ist. Über Immortal können wir auch noch viel reden, weil du hast nochmal eine ganz andere Bindung, was Immortal angeht und Immortal war so für dich so ein bisschen auch, glaube ich, das Sprungbrett für alles jetzt, ja, für die jetzige Situation, in der du bist. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Die andere Geschichte ist einfach, der Wechsel von Hope auf Coalione. Was war da deine Beweggründe? Was hat dich auf Hope möglicherweise gestört? Was ist auf Coalione gerade besser? Und ich muss sagen, Coalione ist ja an sich eigentlich ein guter Server, ja, sehr strikt in dem Sinne, was die da tun, ja, die sind da schon relativ sehr konsequent und die scheuen da auch jetzt nicht zurück irgendwie zu bannen oder hast du nicht gesehen. Und die Leute, die da auch spielen, die respektieren das. Richtig. Also ich muss erstmal klarstellen, dass das auf gar keinen Fall irgendwie jetzt so aus Hope-Bashing gedacht ist oder sonst was, weil ich habe das immer gesagt und ich sage es gerne wieder, auch nur Liebe für alle Leute, die auf Hope spielen und ich meine, es ist ja im Prinzip dieselbe Projektleitung, dieselben Leute. Und ich sage es immer noch, da spielen die besten HP-Spieler Deutschlands, aber das Problem ist, dass die alle vergessen haben, worum es geht und wie wir miteinander spielen sollten. Und ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, wenn du diese goldenen Zeiten einfach miterlebt hast, was wir alles getan haben, wie alle miteinander umgegangen sind, was da für Hollywood-Filme mit Familien über Wochen, über Monate waren, wo die Leute wirklich jeden Tag drin hatten, Staffel 1, Folge so und so viel und die Leute ihren Netflix gekündigt haben und hast sie nicht gesehen. Das waren einfach mega krasse Zeiten. So ist das aber nur die Zeiten vor ein, zwei Jahren, oder? Ja, so Bande, Ende Bande, so war so die Blütezeit und das Problem ist, wenn du siehst, was da für Leute drauf sind. Stell dir mal vor, du spielst in der besten deutschen Fußballliga, in der besten Fußballliga der Welt, so da sind die besten Spieler und gefühlt hat keiner mehr Bock, Fußball zu spielen. Alle wollen nur noch Elfmeter schießen, aber für das Spiel sind sich plötzlich irgendwie alle zu schade so. Und das hat mich halt todes abgefuckt. Es war einfach für mich schade zu sehen, was da für Leute da sind, was für ein Potenzial da ist. Und es ist ja nicht so, dass die das nicht können. Die könnten, wenn die alle heute aufstehen, wenn die live gehen und wenn die alle mit der richtigen Einstellung reingehen, dann würde dieser Server alles toppen. Jeden Film, jede Serie, alles. Es wäre einfach die pure Unterhaltung. Dieses Potenzial ist da, aber die Leute machen es einfach nicht. Und das hat mich einfach auf Dauer so hart abgefuckt. Und auch nicht nur das, sondern wie das dann gekippt ist, dieses Salty, dass es wirklich nur noch darum geht, hier steht aber 8 zu 4. Ja, nee, das hat nicht gezählt, weil da waren drei weniger und sonst was. So immer mit ihren Statistiken. Und wir haben jetzt den geholt, der hat 700 KD. Ich habe mir immer gedacht, fuck, wo bin ich hier gelandet? Ich habe da einfach null Tören drauf gehabt. In dem Bewusstsein, was diese Leute können, wenn sie wollen. Ja. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Also, ja, die Tatsache, dass halt so RP, vor allen Dingen so 5M, sehr competitive geworden ist und es im Endeffekt nur noch um das Gumbo geht. Und ich bin auch der Meinung, dass 5M eigentlich nur noch abgeht. Also, im 5M geht es 80, 90 Prozent nur noch um Gumbo. Ein bisschen RP und Gumbo. Dieses richtig krasse RP wird halt... Klar gibt es immer noch sehr viele RP-Fans, die das sehr enjoyen, wenn sie so Leute sehen, die sich wirklich Mühe geben, RP-Stränge zu machen. RP auszuspielen, sauber auszuspielen. Aber es gibt halt... Aber es ist halt wirklich... Gumbo ist halt wirklich nur noch der Fokus. Also, überwiegend in 5M. Und das machen halt viele nicht mehr mit. Darauf haben auch viele gar keinen Bock mehr. Ich habe mir halt immer gedacht, vielleicht kann es auch einfach sein... Es ist ja auch wie... Ich vergleiche es immer gerne mit Fußball. Fußball spielt sich heute auch anders als vor 20 Jahren. Es gibt andere Regeln, andere Dinge sind wichtiger. Es ist schneller geworden, bla, bla, bla. Vielleicht ist das einfach das RP der Neuzeit. Vielleicht hat sich RP einfach dahingehend verändert. Und wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen und bla. Und das war einfach für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe es immer wieder versucht. Ich habe immer wieder auch versucht. Es ist ja auch nicht so, dass ich nicht Dinge vorgeschlagen hätte und versucht habe mit dieser Insel und bla. Ich hatte immer wieder Ideen, wie die Familien davon profitieren könnten. Auch, dass die wieder mehr Filme haben. Und dann ging es wieder, ja, das werden aber die nicht machen. Die mögen aber die nicht und bla. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht bin einfach ich nicht mehr RP-tauglich. Vielleicht ist das jetzt das RP. Und wenn ich da nicht mehr mithalten kann, wenn es halt nur noch um diese Sachen geht und ich das nicht liefern kann, dann bin ich halt vielleicht mittlerweile einfach hier falsch und fertig. Und dann habe ich halt wirklich überlegt, aufzuhören. Und ja, dann kam Corleone. Okay. Was sagst du halt auf Corleone besser als auf Hope für dich? Besser und schlechter. Wie gesagt, ich möchte halt nicht, dass das so verstanden wird, dass ich jetzt irgendwie Hope schlecht rede. Ich gehe auch noch gern auf Hope, weil da sind tolle Leute und sonst was. Aber für dieses tägliche, so viele Stunden reinstecken, wie ich das tue, fehlt mir einfach die Kraft, weil da zu wenig zurückkommt. Man redet ja immer von dem Ping-Pong-RP. Und ich habe, so erkläre ich es vielleicht am besten, ich habe auf Hope nicht mehr die Kraft gehabt, den Ball zu schlagen. Also die konnten gar nichts mehr zurückspielen, weil ich selber keine Kraft mehr hatte, einen Aufschlag zu machen. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Also es ging nicht. Und nochmal, es ist ein toller Server. Es ist eine tolle Projektleitung und da spielen die besten Spieler Deutschlands so. Ich will das nicht schlechtreden. Aber mit der Einstellung konnte ich einfach zuletzt nichts mehr anfangen so. Und ich gehe auch gerne noch drauf. Ich besuche gerne die Leute. Aber für dieses Daily-Ding fehlt mir aktuell einfach die Kraft. Und dann hat Chloe mal zu mir, glaube ich, gesagt, geh doch mal auf Corleone. Und ich habe mir gedacht, okay, was hast du zu verlieren? Ich dachte immer, Corleone ist end-der-Rod-Server. Ich wusste auch gar nicht, dass das Kalito und so sind. Ich habe immer nur gesehen, da sind end-viele Spieler drauf und da stand keine Allowlist. Ich dachte, da kann jeder drauf und habe halt gedacht, hä, 900 Leute, da werden wahrscheinlich 900 Irre sein. Und bin dann da einfach mal drauf und ja, war vom ersten Moment eigentlich geflasht. Es ist einfach, es ist auch wieder gefährlich. Aber es ist egal, mich hassen eh die meisten. Von daher habe ich nicht so viel zu verlieren. Und es ist halt auch kein Streamer-Server. Und das ist es, was Corleone so großartig macht. Ja, richtig. Die Leute, die da drauf sind, sind da Sache wegen drauf. Die sind nicht da drauf, weil sie hoffen, bei Abu im Stream zu sein oder weil sie hoffen, ins Kali-Kartell zu kommen, weil sie dann auch streamen anfangen. Das ist in Ordnung. Das ist nicht verwerflich. Es ist auch nicht böse gemeint. Aber das ist halt auch eine gewisse Einstellung. Warum ist es verwerflich, so was zu sagen, Bruder? Warum ist das, du sagst doch nur deine Meinung. Warum ist das, also warum musst du das immer einfach machen? Nein, nein, ich sage, das ist nicht verwerflich. Die können das ja gerne machen so. Es sei ihnen gegönnt. Ich gönne jedem alles. Aber wenn du halt gar nicht diese Intention hast, sondern wenn du sagst, hey, ich gehe jetzt auf einen Server, weil ich gehört habe, dass da geile Leute sind und dass man das spielen kann. Und das merkst du. Die Leute sind nicht da, weil sie berühmt werden wollen. Die sind nicht da, weil sie, keine Ahnung, in die und die Familie, weil sie dann jeder kennt und jeder sieht. Die sind einfach nur wegen dem RP da. Und diesen Unterschied merkst du. Ja, ganz einfach ausgedrückt, auf den Server kommen nicht diese Stereotyp-Opportunisten, die nicht zugeben, dass sie Opportunisten sind und auf dem Server sein wollen, um halt mit Streaming anzufangen. Richtig. Da sind Leute, die Bock da drauf haben, RP zu spielen. Richtig. Dass sie diese Zeit, die sie auf dem Server wirklich reinstecken, enjoyen, ob sie alleine sind oder in einer Fraktion. Genau. Ich hatte das in einem Podcast mit Whisky letztens auch noch gehabt. Corleone ist halt, das ist ja auch deren Baby so. Das ist deren ganzer so mäßig Stolz. Und die haben da sehr, sehr viel Zeit, Energie reingesteckt. Die Story von Corleone ist auch an sich, also wenn man den Werdegang von Whisky und Kalito sich anguckt, die haben wirklich ein sehr, sehr starkes Projekt zustande gebracht. Absolut. Ich habe es auch erst mal angezweifelt, tatsächlich. Gerade damals, als ich mir so Arben und so ganz früh, das war vor einem Jahr oder so, haben die mir erzählt von Corleone. Und ich dachte mir so, keine Laulis. Dachte ich mir so, da war ein Gambus, ja. Das habe ich auch gedacht, ja. Habe ich auch gedacht. Keine Laulis kritisch. So, ja, genau. Und meine Jungs, die sind da draufgegangen. Ich weiß nicht, ob du die Story von meinen Jungs dort kennst. Die waren da Nummer 1, ja, ja. Die haben da jede Fraktion auseinandergenommen. Das war halt dann diese legendäre, so, ein Civquad ist neunmal in die PC-Kontrolle gefühlt reingekommen und so. Weißt du, was ich meine? Ich habe die Storys gehört, ja. Das ist halt... Die waren sehr stark. So, ich habe immer noch Jungs, die darauf spielen. Zum Beispiel ein Azrael letztens meinte zu mir, dass das RP auf Corleone ist Maximum. Also die Leute geben sich da richtig Mühe und da sind wirklich Leute darauf, die RP spielen können. Ich würde gerne aber trotzdem nochmal was sagen, weil ich will da einfach nicht falsch verstanden werden. Erzähl. Dieses Opportunistische, wie du sagst, und dass man auf den Server geht, weil sonst was. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich bin damals nicht auf Immortal gegangen. Und jeder, der was anderes erzählt, lügt. Wir sind da alle hingegangen, weil jeder war von seinem RP überzeugt und jeder wusste, okay, wenn ich da hingehe, dann wird eine große, große Zuschauerschaft sehen, ey, der Typ kann RP. So, und wer was anderes erzählt, niemand ist da hingegangen aus Grund XY, sondern jeder, weil er, nennen es jetzt, ein Stück vom Kuchen abwollte, nennen es, weil er einfach seinen RP der breiten Masse zeigen wollte. Und da nehme ich mich nicht aus. Und das ist auch in Ordnung. Es ist nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich möchte gerne auf den Server, ich möchte gerne zu streamen anfangen. Das ist in Ordnung. Aber es kommen halt viele, und das ist auch wieder so ein Punkt. Am Anfang bei Immortal war es so, du hast diese Streaming-Lizenz gebraucht. Und wie hast du die bekommen? Durch gutes RP. In dem Moment, wo die Streaming-Lizenz weg war, und auch ich habe mich dafür ausgesprochen, dass sie wegkommt, weil ich einfach gedacht habe, jeder soll streamen dürfen. Aber da sind halt nur die Leute gekommen, die gewusst haben, okay, ich mache geiles RP, irgendwann werden die das mitkriegen und ich kriege diese Streaming-Lizenz. Das war weg. Und dann haben alle gesagt, hey, ich kann vielleicht kein RP, aber ich bin ein End der gute Schütze. Ja. Anfang vom Ende. Dann fing der Anfang vom Ende an. Guck mal, das Problem ist, Jani, die Leute sollen nicht falsch verstehen, wenn ich sage, Opportunisten. Guck mal, es gibt den Unterschied zwischen dem Typen, der zugibt, Jungs, ich mache das, weil ich streamen will, und so weiter und so weiter. Jani, bei allem Respekt, Jungs und Mädels. Diese Mühe, die wir uns hier reinstecken, in Streaming, natürlich machen wir das, weil wir am Ende Resultat Geld machen wollen. 100%. Jani, so, ich gebe das doch zu. Jeder gibt das doch zu, wo ist das Problem? So, und solange ihr unterhalten bleibt, ist doch alles in Ordnung. Die Sache ist, das, was mich extrem stört, sind die Leute, die so tun, als wäre das nicht deren Priorität gewesen. Und als wäre das nicht deren Absicht gewesen. Und versuchen sich, um halt irgendwie Sympathien zu wecken, moralisch, als den moralisch korrekten, reflektierten darzustellen, der sie eigentlich gar nicht sind. Gib einfach zu, hör zu. Ich habe auch damals, Digga, ich bin auch auf Immortal gegangen, weil ich gesehen habe, hey, da ist eine Möglichkeit, die ich habe. Die ganzen großen Schwimmer sind da drauf. Das, Jani, ich habe zum Beispiel so ein Mickey TV gesehen. Ich habe zum Beispiel auf einmal gesehen, der fängt mit, und ich wollte sowieso alleine mal RP machen, so ein bisschen aus Just for Fun. Und irgendwann hat sich das Stück für Stück entwickelt. Und auf einmal, Jani, ich habe Glück gehabt, ruft mich einen Rick an, sagt, ey, Bruder, ich will, dass du bei Oktogramm reinkommst. Ich habe mir gedacht so, ey, Jackpot, let's go. Vielleicht ist das meine Chance. Und Oktogramm war mein Schwungbrett. Ist halt immer die Sache, wie du dann sowas machst. Ich meine, mir war klar, wenn ich da draufkomme, ich persönlich war immer der Überzeugung, dass ich gutes RP mache. Das kann natürlich jeder sehen, wie er will. Der eine magst du, der andere nicht. Das ist okay. Aber ich für mich wusste, okay, ich mache gutes RP. Und die haben dann zu mir gesagt, du kriegst keine Streaming-Lizenz. Oh, das war ein Ding damals. Genau, peak 300 Zuschauer, dürfte nicht streamen. Und mit mir zeitgleich sind andere mit drauf. Und die haben dann gesagt, ja gut, dann mache ich es auch nicht. Und ich war eh im Loch. Ich habe gesagt, okay, dann schaue ich mir zumindest zwei, drei Wochen den Server an. Ist halt jetzt so, dann darf ich halt nicht streamen. So, und dann ist die Frage, wie gehst du mit sowas um? Dann kannst du entweder versuchen, Monte hinterher zu fahren und den auf Krampf in irgendein Gespräch zu verwickeln. Oder du verhältst dich halt einfach in Ordnung, forst nichts, lässt einfach RP laufen und machst einfach dein Ding. Das habe ich gemacht. Ich habe geschaut, wo gibt es keine Streamer? Wo kann mir nichts nachgesagt werden? Das habe ich eigentlich immer so gehandhabt. Beim ADAC, da gab es keine Streamer, da gab es gar nichts. Ich habe nicht versucht, in eine Familie zu kommen. Ich bin nicht dahin, ich bin nicht dahin. Ich bin zum ADAC, wo kein scheiß einziger Streamer war, wo auch nie einer hingekommen ist. Und dann habe ich mit den Jungs zur RP gemacht und das war todeswitzig. Und eines Tages wusste ich nicht mal, dass er so aussieht. Also im RP stand scheinbar Micky hinter mir und hat mir dazugehört, kam zu mir und meinte, hey, du bist doch hier komplett unterfordert, komm mit zur Bundeswehr. Ist passiert. Aber ich bin nicht irgendwie dahin und habe versucht, das irgendwie zu forsten oder sonst was. Und ich finde sowas halt einfach entscheidend, ob man sich korrekt verhält. Natürlich darf man dahin. Natürlich darf man zeigen, was man kann. Aber dieses ewige Forsten und so versuchen, Dinge zu erzwingen und zu kreieren, das fühle ich halt nicht so. Aber auch da muss jeder selber wissen, was er macht. Ich bin halt diesen Weg gegangen und hat auch funktioniert. Guck mal, das ist auch immer, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil am Ende des Tages, wie gesagt, wir sind alle Streamer und jeder Streamer streamt mit der Absicht, guck mal, es gibt wirklich diese Leute, die machen das just for fun, die streamen, wann die wollen, die streamen, egal ob die 10, 20 Zuschauer haben oder 100. Ja, die streamen einfach und unterhalten sich nur mal mit den Leuten, die gerade im Chat sind. Das macht denen Spaß. Ist alles schön und gut. Dann gibt es Leute, die haben so ein bisschen einen professionelleren Plan und wollen richtig Content Creator sein, wollen wirklich Content kreieren. Und wenn sie Content kreieren, wollen sie gesehen werden. Natürlich, das ist ganz normal. So funktioniert immer dieses Business. Und das ist nichts Verwerfliches. Dass das, was einfach nur verwerflich ist, sind halt einfach diese Leute, die sich versuchen, irgendwie davon abzuschweifen und versuchen, die größten Ehrenmänner darzustellen, obwohl du weißt, nein, das tust du nicht deswegen. Und das finde ich halt lächerlich. Guck mal, und bei dir aber, die Story ist aber auch krass. Bei dir hat sich ja auch noch ein großer Stream ein bisschen dafür eingesetzt, dass du auch deine Lizenz bekommst oder nicht? Ja, ich war dann, keine Ahnung, eine Woche oder so bei der Bundeswehr. Und hab halt da einfach mein Ding gemacht. Micky wollte halt dann öfter mal, dass ich da mitkomme, weil es halt witzig fand. Und dann hat er zu Sparta gesagt, also die sind irgendwie in so eine Halle reingegangen und hat dann gemeint, ja, gib dir mal eine Streaming-Lizenz, dies, das. Und dann hab ich die bekommen. Dann kam der dicke Host von Micky mit 5000 Leuten oder so. Und ab dem Tag lief. Aber auch da, klar, war ein Push. Es gibt Leute, die wurden über Monate von Montana Black mit 100.000 Zuschauern gehostet. Weißt du, wie ich meine? So, es spielt auch keine Rolle. Am Endeffekt entscheiden sowieso die Leute, ob sie es sehen wollen oder nicht, weil du kannst mit einer Million Leuten gehostet werden. Wenn die Leute dann das nicht gut finden, wenn die dich nicht witzig, sympathisch, wie auch immer finden, es bringt dir dann auch nichts. Also du musst ja trotzdem irgendwo, natürlich hilft sowas, weil du halt auf auf den Schlag einfach die Möglichkeit hast, viele Leute von dir zu überzeugen. Aber letztendlich, wenn du nichts drauf hast und Kacke bist, wirst du dich trotzdem nicht durchsetzen. Ja, du musst ja ein gewisses Maß an Qualität an den Tag legen und am Ende des Tages auch, du brauchst irgendwo so einen Wiedererkennungswert. Gleichzeitig aber auch so, das ist ja der erste Eindruck, den du machst. Wenn dein erster Eindruck ein guter ist, ist die Chance wahrscheinlich etwas höher, dass diese Leute immer mal wieder in deinen Stream reinschauen und sich an dich gewöhnen. Ich meine, dadurch hast du zum Beispiel deine Basis aufgebaut. Dadurch baut sich jeder so seine Basis auf. Das ist ein Unterschied auch zum Beispiel, viele Leute haben immer dieselben Zuschauer teilweise, also so viele teilen sich die Zuschauer, aber wenn dann diese eine bestimmte Person kommt, die sich aus der Masse hochhebt und der on kommt, merken das alle. So. Und das ist ganz normal. Ich, so, diese, also Immortal war eigentlich an sich eine schöne, schöne Zeit. An sich war es eine coole Zeit. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich fand gerade so, diese Anfangszeit war sehr lustig und an sich auch diese ganzen Leute, die so Troll-RP gemacht haben und so weiter, das sind die, die wirklich am besten angekommen sind, weil das waren einfach die Leute, die wirklich gute Laune in den Tag reingebracht haben. so. Ich meine, zum Beispiel jetzt wir als OGs, als dann wir mit Chito so das weiter aufgebaut haben und so weiter, ist ja OGs immer mehr so zu einer Fraktion geworden, die sich ja wirklich, also die war ja vorher erst mal so eine Fraktion, die nichts gerissen hat, bis dann dann zu einer sehr, sehr starken Fraktion, die dann so, wo so ein Timmy dann dazu gekommen ist und dann mit meinen Jungs so weiter und so fort. Das ist ja eine sehr, sehr starke Fraktion geworden. Ich finde immer noch, Oktogramm ist auch immer noch eine starke Truppe so. Die haben sich gemacht, ne? Die haben sich gemacht und die haben eine gewisse Basis erhalten, was auch gut ist. Nur, ich merke auch langsam, aber sicher, dieses allgemein, dieses Interesse um RP herum ist natürlich auch sehr, sehr stark über das Jahr jetzt hinweg auch gesunken. Ja? Aber ist auch klar, ist auch klar, so braucht man sich nicht wundern, ne? Ja, richtig. Das ist halt, das ist auch Twitch, Twitch ist sehr, sehr schnelllebig. Du kannst sehr, sehr schnell ersetzt werden. Grundsätzlich dieses, ähm, grundsätzlich Gaming-Zeitalter ist sehr schnelllebig, ist alles so instant, alles wird schnell langweilig. Du hast ein gewisses Maß an Stammzuschauer, die RP gucken, bis heute. Also GTA-RP ist immer noch sehr, sehr beliebt auf Twitch. Also so ist es nicht. Nur die Sache ist grundsätzlich, äh, RP ist nicht mehr so, so, so krass beliebt, wie wir es damals in dieser Prime-Zeit erlebt haben mit Immortal. Ja, und ja, Chance vertan, würde ich sagen, weil, äh, RP hat, äh, wie kein anderes Spiel, einfach die Möglichkeit, Leute zu entertainen auf, auf einer ganz anderen Ebene. Man hat da einfach so einen scheiß Competitive-Rotz draus gemacht, so, da kann ich mir auch Call of Duty anschauen, und hat eigentlich diese Möglichkeiten nicht gesehen. Du, du könntest hier Filme machen, noch und noch. Ich meine, was denkst du würden, sagen wir mal, Monte spielt RP, vor Exempel, mit 100.000 Zuschauern. Ja. So, und, was macht er, er zieht in den Krieg? So, drei Stunden, Kolonne fahren, ballern. Denkst du, diese 100.000 Leute werden das annähernd so feiern, wie wenn du sagst, der wird entführt von einem U-Boot, dann tauchen Aliens auf, dann geht's auf irgendeine Insel, da steht eine Gorilla-Truppe, dies, das, so, diese, diese Filme einfach, wo du halt selber kennst, wo du wirklich sagst, Bro, was, was war das heute? Das war ja wie ein Kinofilm. So, das entertaint die Leute langfristig. Natürlich baut sich auf, Familie XY, dies und das, jetzt haben die diese Route attackiert und so, da ist ein Interesse da, die wollen dann wissen, was passiert. Aber dieses, dieses Langzeitding, dieses immer wieder neu, immer wieder, wo du dir sagst, ey, was, was wird morgen wohl passieren? Wie krass ist das? Ich meine, was wird morgen passieren? Ja, ihr fahrt wieder drei Stunden Kolonne, schießt auf irgendjemanden und zum Schluss stehen alle an der Wand und man nimmt denen die Waffen weg, solange bis die wieder stärker sind, euch an die Wand stellen und euch wieder die Waffen wegnehmen. Hervorragend, wow. Also ich finde es zum Kotzen, wie sich das entwickelt hat. Ja, leider. Richtig und ehrlich. Ja, es ist, ja, ist verständlich. Es ist nicht mehr so wie früher. Ich glaube, diese, jeder zweite, mit dem ich jetzt auch immer diesen Talk geführt habe, darüber, wir trauern alle so ein bisschen dieser alten Zeit hinterher. Aber trotzdem tun wir nichts. Trotzdem tun wir nichts, Bro. Alle reden, niemand tut was. Ja, Real Talk. Aber es ist auch wieder typisch. Man kann sich darüber beschweren, aber man macht halt nichts, man ändert nichts an dem Zustand. Das Problem ist aber auch, ein Einzelner kann nichts daran ändern und das Problem ist, es ist sehr, 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 sehr schwer, das gesamte Kollektiv dazu jetzt zu bringen, vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung zu rodern, weil die meisten profitieren davon, dass halt Gambo momentan so beliebt ist im Mainstream. Natürlich gibt es Leute, die mögen RP. Natürlich. Aber so, die Wahrheit ist, ihr seid auch eine Nische. So, die ist nicht sehr klein, ja, sage ich so, das ist nicht. Das ist jetzt keine kleine Nische, aber wenn wir den gesamten Kuchen uns angucken, 70 Prozent wollen Gambo sehen. 70, 80 Prozent haben Bock auf dieses Gambo und die großen Was bringt ein Content Creator, der davon lebt, von Zahlen lebt, der bringt natürlich das, was die Leute sehen wollen, also Gambo. Ja, richtig, Punkt. Höfelskreis. Das ist das. Machen RP, provozieren im RP, forsten Gambo. Das ist der Rhythmus. Ich bin froh, wenn es, weißt du was, ich wäre sehr, sehr froh, wenn irgendwann mal diese Zeit kommen wird, wo vielleicht ein anderes Spiel rauskommen wird, was halt die Leute langjährig dann wieder beschäftigt. Sowas ähnliches wie Fortnite oder so, was einfach Spaß gemacht hat am Anfang, was halt lustig war, wo es gar nicht mal so darum ging, dass du der übelste Pro bist, weil jetzt in Fortnite geht es wirklich nur darum, die Leute gucken sich, wenn du der übelste Pro bist und dann keiner den schiefen Turm vom Pisa nachbauen kannst in 0,7 Sekunden, sondern so dieses einfach Fortnite spielen, in eine Runde gehen und irgendetwas Lustiges erleben. Und das Fortnite früher mit Vierersquad oder Duo, das war zu lustig immer. Das war immer zu lustig. Oder dieses, so ab und zu mal so diese Challenge Solo vs. Squad und sowas, das fand ich auch ganz cool so. Irgendwie ein Spiel, was wieder so einen Hype hat, wo man so sagt, ey, das macht einfach Spaß, langfristiges Spiel, lass uns mal deinen Fokus drauf setzen. Das würde mich mal freuen, wenn es sowas mal geben würde wieder. Aber das passiert immer nur so irgendwie gefühlt einmal oder zweimal in einem Jahrzehnt. Ist wirklich so, ja. Einmal pro Jahrzehnt, kannst du sagen. Das ist echt so. So, und das Ding ist halt auch, ich habe auch das Gefühl, dass das Content Creator an sich so in so einer Zeit, wo halt so viel Reaction Content ist und so weiter, viele Leute reagieren nur noch auf Videos. Es gibt immer weniger Leute, die wirklich Zeit und Geld in Content reinstecken und den kreieren. Das finde ich auch sehr, sehr traurig. Hm. So. Weißt du, YouTube heutzutage ist nicht mehr so entertaining wie vorher. YouTube früher war so viel, so viel spannender, so viel lustiger. Ich habe in die Trends reingeguckt und da war jedes zweite Video hast du gucken müssen, weil es halt gut war. So. Und jetzt ist es so, jetzt ist es so, auf Krampf werbefreundlich, auf Krampf, so dieses, dieses Mainstream, auf dem Mainstream angepasst, nichts mehr Individuelles, so dieselben Challenges siehst du auf jedem zweiten Kanal und ja, die Communities feiern das und so weiter und so fort. Aber es ist halt nicht mehr so wie früher. YouTube früher war voll, das wird stumm für alles einfach. Es wird stumpf. Und, und? Keine Ahnung. Es wird immer, immer, immer einfacher, immer, immer leicht verträglicher, immer dümmer, stupider. Ich fühle es auch null, sage ich dir ganz ehrlich. Karl, ich versuche auch. Ich versuche. Und er sagt, was sagt er denn? Bruder, RP zu ersetzen ist fast unmöglich, jeden Tag was Neues. Das stimmt. Ja, das stimmt. Da, guck, das stimme ich ihm zu. Nur, die Leute müssen sich auch die Mühe dafür geben. Aber erzähl, was wolltest du sagen? Ähm, ja, also, keine Ahnung, es ist halt so die einfachste Form der, der Unterhaltung. Es soll immer, immer mehr schonen kostet, einfach so, dass man es immer, immer dümmer, immer dümmer. ich versuche auch immer wieder mir so Reaction-Zeug anzuschauen, weil dann wieder XY kommt im Hintergrund und sagt, hier, mach doch mal dies, probier doch mal das. Ich kann es mir nicht geben. Ich, ich schaue mir da zwei Videos an, ich finde es einfach nicht witzig. Ich kann auch nicht so tun, als ob ich es witzig finde. So, ich, ich hasse diese hungrige Hugo-Zeug, sonst was. Ich, ich kann mir das einfach nicht geben. Und nur, weil es alle tun, mache ich nicht. Habe ich noch nie, werde ich nie, bin ich einfach nicht der Typ für. ich, weiß nicht, da ist mir einfach meine Lebenszeit zu schade und auch die, die Lebenszeit meiner Zuschauer, so, mir diese Video-Reactions da reinzuziehen. Furchtbar. Ich finde es furchtbar. Ich kann mir das nicht geben. Hast du dich selber schon mal in dieser Position gesehen, so selber nochmal Content zu machen? Also heißt es im Sinne von, äh, tatsächlich zu sagen, yo, ich mache jetzt irgendwas Neues neben dem Stream? Was zusätzlich? Ich habe, ich habe viele, ähm, viele krasse Ideen gehabt und habe die immer noch. Problem ist, dass bei mir immer in der Umsetzung scheitert, weil für diese Ideen ich halt immer auf irgendwelche Leute angewiesen bin. Sei es, äh, irgendwelche Programmierer oder sonst was. Das ist halt einfach das Problem, dass mir da der Background fehlt. Ich kann selber gewisse Dinge einfach nicht realisieren und, ja, wenn du auf andere Leute angewiesen bist, ist es meistens, zum Glück nicht immer, gibt auch Leute, mit denen sowas funktioniert, aber meistens halt einfach schon zum Scheitern, verdammt. So, wenn du nicht alles von, von Anfang bis Ende selber realisieren kannst, kannst du es eigentlich schon vergessen. Hm, die, so, es gibt auch noch ein paar Fragen, bis bezüglich auch was so zum Thema Content, aber ich sehe auch gerade interessante Sachen jetzt hier von Zuschauern. Ich schaue seit 2017 Twitch, habe 2018 das GTA Roleplay für mich entdeckt, damals auf GVMP, dann Bande und so weiter. Die Filme, die damals gemacht wurden, Gänsehaut, stimme ich ihm zu. Und in den Jahren wurden die deutsche Community von Top zu Flop, a la Agro und Toxic, stimme ich auch zu. Und das, wie damals konnten viele, äh, wurde zu Hass und Gambo. Das ist meine Meinung, in fünf Jahren zuschauen leider. Ähm, ähm, gut beobachtet. Sehr gut, sehr gut beobachtet. Gute Analyse an der Stelle. Grüße gehen raus an Animus, ähm, also Animus77, ne, der hier im Chat. Äh, wirklich wahr, gebe ich dir tausend Prozent recht. Alle anderen Games sind schnell langweilig, spätestens nachdem das Spiel durchgespielt wurde. GTA RP ist immer was Neues, zumindest solange die Leute sich weiterhin Mühe geben. Das ist auch so eine Sache. Das, es liegt eigentlich nicht am Spiel, das liegt an die Leute. Die Leute sind langsam aber sicher so müde von der ganzen Geschichte, glaube ich, geworden. Wir sind alle müde von RP geworden. So, weil RP ist, theoretisch betrachtet, so wie Kalito auch gesagt hat, da hat er mit seiner Aussage recht, RP kann man nicht so leicht ersetzen, weil RP ist immer wieder was Neues. Du hast immer wieder die Möglichkeit, irgendetwas Neues zu kreieren, was andere Leute nicht gesehen haben, weil es ist wie ein Film. Es ist wie ein Film, den du dir selber ausdenken kannst. Nur, die Leute, die wenigsten Leute sind bereit, jetzt wirklich diese Energie in diesen Film reinzuschauen, stecken und ich glaube auch, was bei dir zum Beispiel das Problem ist, ist dieser Wertschätzungsfaktor. Das, was du machst, das wird nicht wertgeschätzt, so wirklich, als TV oder diese Mühe als RP-Charakter. Deswegen irgendwann merke ich, okay, yo, der Aufschlag, ich habe keine Kraft mehr für den Aufschlag, mein Arm ist verkrampft inzwischen davon. Ja, das stimmt. Das verstehe ich. Das verstehe ich auf jeden Fall. Was kann man daran ändern? Was kann man in der gesamten Situation ändern? Was ist zum Beispiel als Content Credit, YouTube und so weiter, die Situation, das kann man auf Twitch im RPN, was kann man an diesen ganzen Sachen noch ändern, oder? Also, das ist eigentlich wie überall im Leben. Im Prinzip kann man jetzt so einen Kalenderspruch droppen, wie sei du die Veränderung, die du in der Welt haben willst. Wenn jeder die Einstellung hätte, dass niemand was ändern kann, bla, 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 aber trotzdem ist es todesmühsam und egal, wie oft du es versuchst, wenn nicht so ein kollektives Bewusstsein dafür entsteht und die Leute sagen, ey, wir müssen jetzt was ändern, dann rennst du da gegen, das ist ein Kampf gegen Gewinn, den kannst du im Prinzip nicht gewinnen. Ich habe mit Coaleone einfach mein Glück gefunden. Das sind einfach die Leute, mit denen ich diese Dinge tun kann. Ich habe mit Kalito und Whisky eine Projektleitung, die für mich greifbar und ansprechbar sind, die einfach versuchen, auch Dinge zu realisieren. Ich habe noch ein großes Projekt vor. Ich möchte eine Sache schaffen, die es einfach noch nie gab, auf keinem Server. Ich habe so viele Sachen probiert auf anderen Servern. Zum Schluss war immer ich der Idiot und es wurde im Prinzip dann auch immer so gedreht. Das ist egal. Ich will da auch gar nicht jetzt drauf eingehen. Ich lebe immer in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Der Punkt ist, ich habe noch ein großes Ding vor. Ich möchte auf Coaleone eine Sache schaffen, die es noch nie gab. Ich habe da ein krasses Konzept. Ich habe etwas Krasses im Kopf. Und wenn ich mich selber frage, welche Community würde so etwas verdienen, dass es so etwas einfach gibt auf einem Server, dann muss ich sagen, ganz klar Coaleone. Weil da sind einfach die Leute, die das mit Sicherheit auch wertschätzen, die aus den richtigen Gründen da sind, die da sind, weil sie Spaß an dem Spiel haben, am RP, weil die da Bock drauf haben. Und deshalb werde ich noch einmal so meine ganze Kraft sammeln und da reinstecken. Sollte das nichts werden, okay, dann bleibe ich trotzdem auf Coaleone und mache mein RP. Aber so ein großes Projekt werde ich noch machen mit so einer Firma, die ich da gründen will. Und wenn das realisierbar ist, werde ich das auf jeden Fall durchziehen. Und hoffentlich da was Geiles schaffen, was einen riesen Mehrwert für den Server hat. Darf ich dir eine Frage am Rande stellen? Das ist so eine Random-Frage. Kennst du in deinem Chat den Namen Blaue Sonne? Nee. Okay. Vielleicht ist das ein Zuschauer von dir so, weil der hat so Lust, du solltest das auf jeden Fall nicht ausprobieren. Der schreibt, wusstest du, dass es unmöglich ist, die Zunge rauszustrecken und gleichzeitig nach oben zu schauen? Mach es jetzt nicht. Du endest auf TikTok. Ich weiß, du hast auf jeden Fall einige im Chat dazu gebracht, das jetzt zu machen und Leute, die jetzt gerade auf Spotify zu hören und auf YouTube sich das Ganze anschauen, wenn sie bestimmt gerade das ausprobiert haben. Das ist wie, kein Mensch kann seinen eigenen Ellenbogen lecken. Versuch mal. Ich wette, du schaffst es nicht. Nee, auf keinen Fall. Ich habe sowieso Todesmuskelkater, das geht gar nicht. So, auf jeden Fall, das ist ein starker Beitrag und ein sehr, sehr, sehr nice Topic-Switch. An dieser Stelle, ich finde es ein bisschen an sich schade, so wie sich im Grunde genommen RP entwickelt hat, aber wenn man sich als Content-Creator sieht, muss man in die Zukunft schauen, okay? Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Was denkst du dir am Ende des Tages für die Zukunft? Du redest immer noch viel über RP und ich denke, RP wird noch ein großer Bestandteil sein für dich. Und ich denke auch Leute, die sich so ein Fundament jetzt aufgebaut haben, werden möglicherweise auch wieder eine große Prime-Zeit haben, in der Zeit, wo zum Beispiel GTA 6 und GTA 6 RP realisierbar ist. Ich denke, da sind dann so Leute, die schon in der Szene sich etabliert haben, wie du, in ein paar Jahren auch wieder sehr, sehr gut aufgestellt und ich denke, es wird auch wieder so eine gigantische Prime-Zeit geben, wo bestimmt RP eine halbe Million Zuschauer haben wird oder sonstiges. So weißt du, deswegen, aber so für die Zukunft, für die nächsten Jahre so, was hast du im Kopf? Wo siehst du dich? Läuft alles gut? Läuft alles so, wie du dir das vorstellst? Bist du dankbar? Gibt es welche Dinge, wo du so etwas schuggelt? Also wer nicht dankbar ist, in unserer Hemisphäre, wo wir leben, der hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich glaube, für uns geht es allen sehr gut und wir leiden alle auf sehr, sehr hohem Niveau. Das mal so am Rande. Wo sehe ich mich selber? Ich habe einige Sachen im Kopf, zwei, drei Sachen, die auch schon im Hintergrund laufen, mit dem einen oder anderen. Ich habe Ideen. Eine sehr, sehr gute, wo man sehen wird, ob sich das durchsetzen lässt, vor allen Dingen, ob das finanzierbar ist. Das ist die Frage. Ansonsten jetzt so aus Content-Creator-Sicht kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Hättest du mich das vor ein, zwei Monaten gefragt, hätte ich dann noch eine Antwort geben können. Aber bei mir passiert gerade privat einfach so vieles, wo ich einfach ist einfach so gerade ein krasser Wandel bei mir, wo ich mich einfach viele, viele Sachen hinterfragen muss und auch mit mir selber so einen Struggle für, ob das der Fußabdruck ist, den ich hinterlassen will, so mäßig. Mag jetzt ein bisschen was mit dem Alter zu tun haben, aber letztendlich, wir haben hier eine krasse Plattform, wir haben hier krasse Möglichkeiten und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich in so Deep-Talk-Themen gehe, waren so krasse Reaktionen im Chat, wo einfach schöner war, wie jede scheiß Doni oder Sub-Bombe, wo einfach Leute dann schreiben, hey Bro, du hast gerade mein Leben verändert, ich werde dies, das tun und bla, wo du einfach merkst, du hast jemanden echt erreicht und hast wirklich bei dem irgendwie was ausgelöst und das ist einfach dann so ein krasses Gefühl, mal was Sinnvolles getan zu haben, weißt du, wenn du den ganzen Tag um Würfelpark rennst und irgendwie sagst, hey yo, darf ich dich anpinkeln, darf ich dies, darf ich das und dann hast du so einen Moment und wiegst es gegeneinander auf, dann fragst du dich schon, was soll überbleiben irgendwann, soll so, weißt du noch den, der immer die Leute im Würfelpark angepinkelt hast oder vielleicht eine ganz andere Richtung, ich weiß es nicht, ich struggle so ein bisschen, aber ich glaube, je älter ich werde, umso mehr wird sich auch der Content verändern, denke ich mal. Du sagst dir eine Sache, Bruder, also ich habe gerade wirklich Gänsehaut bekommen, als du das gesagt hast, weil ich kann das für mein Leben gerade jetzt auch 100% nachvollziehen, ich bin jetzt 28, ich bin dieses Jahr tatsächlich 29, also die 30 ist, gut, also ich rück der 30 immer näher, nächstes Jahr werde ich 30, gut, wo ich sagen muss, ich muss mich gut gehalten, ich habe mich gut gehalten für 30, also von daher, ich bin da sehr, sehr stolz, sieht es aus wie ein junger Adonis. Du, mein Habo, Habo ist eigentlich neugierig. Aber Bruder, ich sage dir, wie es ist, das, was du da gerade durchmachst, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist so ein klassisches Zeichen für Maskulinität, du machst dir ja auch irgendwann Gedanken, was ist dein Duty im Live, so, was ist, das ist dein, was ist dein Sinn in deinem Leben, ja, was möchtest du hinterlassen, äh, nach, also nachdem alles vorbei ist, was möchtest du hinterlassen, welchen Fußabdruck möchtest du hinterlassen und das sind Dinge, da, du fängst dann erst an, äh, über sowas nachzudenken, also über deine Art Legacy, wenn du, wenn du halt anfängst, ein Mann zu werden, so, also ich rede jetzt auch nur aus Männer Sicht, die Damenwelt, es tut mir wirklich sehr leid, ich kann nicht so viel über die Damenwelt sagen, weil ich bin keine Dame, ich identifiziere mich auch nicht als Dame, dementsprechend, die Damenwelt kann das gerne aus ihrer Perspektive mal auch erzählen, wie, wie, wie die das sehen in so einem Alter, aber du fängst langsam aber sicher an auch darüber nachzudenken, was willst du hinterlassen am Ende des Tages und diese Fragen sind gerechtfertigt, definitiv, ähm, ich kann dir nur als, als deinem Bruder so sagen, Bruder, werd einfach, du musst immer darauf achten, dass du immer ein Prozent besser wirst als gestern, ja, du musst immer offen sein für die Weiterentwicklung und, äh, hör auch manchmal auf, auf dein Herz, ich weiß, wir hören immer auf unseren Verstand und versuchen immer rational immer die Dinge zu sehen, aber es gibt manchmal Dinge, wenn, wenn dein Herz öfter sich damit beschäftigt, solltest du vielleicht einmal darauf hören, ja, ich meine so, man will auch irgendwann mal Familie haben, man möchte vielleicht mal Nachwuchs haben, Kinder und so weiter und dann fragst du dich, was möchtest du diesen Kindern irgendwann weiterbringen, wie sollen die sich weiterentwickeln und so weiter und ja, Kalito, wir sind alles Rentner geworden, Bruder, du weißt ganz genau, worüber wir reden, dementsprechend, ähm, ich denke, ich denke, das ist vielleicht der beste Zeitpunkt, vielleicht ist auch 2023 so der beste Zeitpunkt, gewisse Entscheidungen zu treffen, äh, aber ich denke, ich denke, es ist nichts Schlimmes zum Beispiel auch weiterhin ein Content Creator zu sein, vielleicht was anderes zu machen, das, das auf jeden Fall, also das, das möchte ich auch, möchte ich auch weitermachen, aber ich habe, ich habe einfach gerade auch, äh, einen sehr positiven Einfluss in meinem Leben, wo ich einfach viel, viel nachdenke und, und viel, äh, reflektieren so, es ist halt einfach gerade so eine Phase in meinem Leben und, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen langweilig an, aber, tut einem auch manchmal ganz gut, mal so, irgendwie, nicht so Gas zu geben, hinne zu halten und zu reflektieren und nachzudenken, und, äh, ich habe halt das Gefühl, auch so, die Community kennt halt Looper, kennt aber halt 0,0 Dominik, also, die werden wahrscheinlich, wenn meine Community erschrocken, wenn die wüssten, wie ich in echt bin, also, die würden, die würden mich gar nicht wiedererkennen und ich glaube aber, dass der ein oder andere Dominik viel mehr feiern würde als Looper und, ich weiß nicht, ich habe eine sehr, sehr reife Community, Leute, also, die meisten sind über 30 und ich weiß halt nicht, ob die nicht effektiv mehr davon haben, äh, man kann sie mit stupiden Witzen zum Lachen bringen, so, ne, die teilen meinen Humor oder man kann halt vielleicht einfach auch mal, man muss ja nicht komplett switchen, aber auch einfach mal vielleicht Content machen, der vielleicht auch Leuten irgendwie hilft und, und, und weiterbringt oder so. I don't know. So, ich bin, ich bin am Überlegen. Ähm, ja, diese Entscheidung habe ich, bin ich auch so am Treffen gerade, also, äh, ich, ich mag eigentlich GTA-RP, ich habe sehr viel Spaß auch immer noch daran, so meinen Kanun-Jungs und so weiter und so fort und, ähm, ich habe dank diesen Leuten, äh, bin ich in einer Position, äh, das ist, also für mich, das ist für mich eine privilegierte Position, in der ich gerade bin, so, mit Kanun, sehr, sehr dankbar, ich bin auch an diese ganzen Leute dankbar, die, die mich alle auf diesen Weg getroffen haben, Timbo Slice ist ja auch so einer, ja, ich bin jedem eigentlich dankbar, wirklich, ähm, ich, ich, ich würde gerne auch alle Namen jetzt erwähnen, natürlich auch an der Stelle, an die Leute, die mich hier gerade sehr, sehr viel supporten, da sind uns durch ein Kalito-Projekt, unsere Projektleitung, die, äh, auch sehr, sehr viel supportet und, äh, ich bin auch ein Kalito, sehr dankbar, ein Whisky, sehr dankbar, auch Kalito und der Schilder, danke für deine, danke für deine 27 Gifte, jetzt hast du in diesem Podcast heute, ja, dieser Stream wird heute gesponsert von Deskalito und auch gleichzeitig an Rom und Wachtetin und so weiter und so fort und alle anderen auch, die hier Liebe da gelassen haben und auch an deine Community, also deine Community ist sehr, sehr süß, ja, also die Nachrichten, die ich hier lese, die lieben dich, Bruder, die lieben dich wirklich. Ja, ich hab, ich hab, ich wusste nicht, ob ich, ich hab einfach Stream ausgelassen, weil ich wollte ja auch nicht irgendwie deinen Hack wegnehmen, ich war noch nie in so einem Podcast, und hab ich mir gesagt, schau dir drüber. Das hab ich traurig gemacht, ich dachte nur, ich will dir da deinen Hack nicht wegnehmen, also darum hab ich. Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder, jedem das Hack, was ihm ein bisschen zuschiebt, weil wenn die Leute bei dir gucken, wo sollen die bei dir gucken, ich küsse doch dein Herz, Bruder, das ist doch halb so wild. Ja, jetzt ist es so, das passt schon. Ich küsse dein Herz, Bruder, das ist sehr, obala, jetzt kommt Kalito wieder, Kalito wieder mit 30 Gifte Zaps an der Stelle, wurde an der Stelle der Podcast gesponsert von Deskalito, Kalito ist halt einfach, also ich hab auch das Glück haben dürfen, ihn ein bisschen besser kennenzulernen, in der einen oder anderen Nacht, wo wir viel geredet haben, und Kalito ist halt auch einfach schon sehr, sehr weit, weil Kalito einfach Dinge verstanden hat, ohne da jetzt groß drauf eingehen zu wollen, aber der ist einfach, der hat sich unheimlich entwickelt, und der hat einfach viele Dinge verstanden, und setzt es um, darum ist er auch so erfolgreich, wie er ist, und es sei ihm auch von Herzen gegönnt, er hat es einfach verstanden, wie es funktioniert auf der Welt, das ist ein guter, nur Liebe für ihn. Wer? Ein Shabab von uns beiden, der liebe Bruder Timmy. Jürich. Unser Bruder Timbo Slice, auch ein Ehrenbruder, der uns sehr, sehr viel supportet hat, auch sehr oft beigestanden ist, Timmy auch einer, wo ich sehr, sehr froh bin, den so kennengelernt zu haben, in der Szene, Timmy gehört zu einem der wenigen Leuten, und wo ich froh bin, den kennengelernt zu haben, weil Timmy hat ein sehr gutes Herz. So, genauso. Guck mal, wir alle haben unsere Macken, ja, definitiv, ich habe auch meine Macken, alle haben unsere Macken, aber ich bin froh, allgemein diese Leute alle kennengelernt zu haben, weil, wenn ihr wüsstet, wie viel Liebe und Support diese Leute auch privat so dir geben, obwohl man die vielleicht, sag ich mal ein Jahr oder zwei Jahre kennt, auch ganz, ganz großes Dankeschön gehen so an so Leute, wie zum Beispiel ein Arben, ja, Arben auch, der, also so, dank Arben so, haben wir jetzt zum Beispiel ein Studio gefunden, was wir jetzt so bebauen wollen, und damit den Podcast so auf den das nächste Level bringen, und gleichzeitig aber auch, so auch ein bisschen anderen Content zu machen, denn wir wollen uns auch ein bisschen weiterentwickeln, vielleicht mal auch andere Sachen einfach ausprobieren, und einfach mal Dinge auszuprobieren, ohne am Ende zu sagen. Ich finde aber, das passt auch zu dir, also das ist, ich glaube schon, dass du da eine gute Sache gefunden hast, ja. Ich, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, Podcast ist etwas, was ich selber sehr, sehr gerne konsumiere, ja, ich bin ein großer Fan von so Leuten wie Joe Rogan oder so, ja, oder auch anderen Podcasts, gerade so im englischsprachigen Raum, und an sich, ich, mein Ziel ist es, irgendwann mal so auch so Content zu kreieren, der irgendwo auch einen Mehrwert schafft, natürlich willst du Leute unterhalten, weil ich habe mehr, ich habe gerne Spaß, ich habe einfach auch gerne Spaß, aber ich habe auch gleichzeitig Lust, irgendwo so ein bisschen einen Mehrwert dazulassen, weil, das ist, es gibt viel zu wenig Leute da draußen, denen das irgendwie juckt, irgendetwas zu hinterlassen, was vielleicht möglicherweise für immer lebt, sondern die sind, die sind froh, dass sie in dieser privilegierten Position sind, dass sie sehr, 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 sehr viel Geld verdienen, wir Twitch-Streamer, also die meisten Twitch-Streamer lassen sich eh denken, weniger Geld zu verdienen, als sie wirklich verdienen, ja, also wir haben als Streamer hier wirklich eine privilegierte Position, und irgendwo, ich finde das Dankbarste, was du den Leuten geben kannst, ist am Ende die Tatsache, dass du den Leuten irgendetwas mitgibst, was sie vielleicht im Leben weiterbringt, nicht nur den Entertainment-Faktor, dass du die so ein bisschen von der Realität ablenkst, sondern gleichzeitig auch, ey, ich habe was von vielleicht dem und dem gelernt, ja, und das hat mein Leben irgendwie verbessert, seitdem ich das so mache, so weißt du, und ich muss nicht das, ich muss es nicht mal wissen, dass die Leute das machen, ich muss es nicht mal wissen, so, sondern es einfach da zu lassen und gucken, hey, vielleicht hat jemand einen Mehrwert dafür, weißt du, was ich meine, das ist das, und ich will jetzt auch nicht so den heiligen Samariter spielen oder sonstiges, ich bin auch manchmal echt ein Arschloch, so, in der Realität, so, ich bin sehr, das haben wir, glaube ich, alle, ich bin auch manchmal echt kalt, so, diese Eigenschaften habe ich auch, aber das sind halt auch meine Macken, so, es gehört dazu, so, aber, du hast immer was Schlechtes in dem Moment, wo es dir selber bewusst ist, hast du schon viel richtig gemacht und das passt schon, das hat viel mit Bewusstsein zu tun, weißt du, es ist okay, ein Arschloch zu sein, solange dir bewusst ist, dass du gerade eins warst oder gerade eins bist, wenn du einfach nur ein Arschloch bist, ohne zu merken, dass du ein Arschloch bist, dann ist es halt schwierig, aber in dem Moment, wo es dir bewusst ist, ist schon viel geholfen. Ja, definitiv, definitiv, ähm, oder wann bist du zu Hause bei Familie? Ja, Kalito, Kalito auch, was dieses Thema Familie angeht, haben wir auch auseinandergenommen in den beiden Podcasts mit ihm. Ähm, die andere Sache ist jetzt so, was Zukunft angeht und so weiter und so fort, äh, wir haben über einige Themen noch nicht so geredet, zum Beispiel über dieses Thema, du warst in der Immortal-Zeit mal in dieser Game Show mit Knossi. Mhm. Das war mit Sparta und mit Just Zino war das auch noch. So, wie ist das überhaupt dazu gekommen und was habt ihr da gemacht? Stimmt, wir drei, ja. Also, ich kann mich noch daran erinnern, also an dem Bild kann ich, das hat mich schon an das Bild daran erinnert, da warst du in dieser Game Show mit Knossi und so und du hast Knossi kennengelernt, äh, du bist ja so drauf, wie sind allgemein diese ganzen Leute, ich meine, du hast ja einige Leute kennengelernt durch Streaming soweit und, ähm, ich meine, du hast das Privileg dann zum Beispiel bei dem, in der Game Show dabei zu sein, ich weiß auch gar nicht, wie es alles so dazu zustande gekommen ist, warum ausgerechnet jetzt du und der und dies, weißt du? Also, das, äh, habe ich, äh, Sparta zu verdanken, wie, wie viele, äh, andere Sachen natürlich auch, durch, durch seinen Server, da brauchen wir gar nicht reden und, äh, Sparta hat mich, äh, ob ich da mit möchte, ähm, in die Jury und, äh, so Knossi, da braucht man nicht lange überlegen und, ähm, dann sind wir da hin und wie ist Knossi drauf, äh, Knossi ist, äh, ja, lustig, ne, aber auch sehr, äh, ist schon ein Geschäftsmann, also der, der weiß schon, wie der Hase läuft, ne, Ja. Der ist schon, äh, der ist schon mit allen Wassern gewaschen, ähm, sympathisch, ähm, aber schon ein Business, also ist schon, schon, äh, schon ein Geschäftsmann, habe ich so das Gefühl, aber alles in allem, äh, super, super sympathisch und war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, so hat Spaß gemacht und, ähm, ich war todesnervös, aber man hat es scheinbar zum Glück nicht so gemerkt, wahnsinnig cool, so, es war eine, war eine coole Erfahrung und kann mir natürlich auch keiner wegnehmen, so, ne, das, sowas bleibt, so eine Erinnerung, schon cool. Was war das für eine Game Show, was habt ihr da gemacht? Ähm, das war RP Special, Christmas RP Special, da waren quasi, mh, lass mich lügen, fünf oder sechs, ähm, kleinere Streamer, die auf Immortal waren und die, ähm, eine Streaming Lizenz wollten und die sind da in so Spielen gegeneinander angetreten und wir waren quasi die Jury und haben dann so abgestimmt, wer da gewinnt und der Gewinner hat dann letztendlich die Streaming Lizenz bekommen und durfte halt dann auf Immortal streamen. Okay, okay. Das war so der, der Hintergrund und nebenbei haben wir halt noch ein paar Sachen gemacht, so Showdings mäßig gekocht und dies und das, zwei, drei kleine Spiele, aber vom Grundding her ging es halt um diese Streaming Lizenz für jemanden auf Immortal. Das war so das Hauptkonzept. Stimmt, stimmt, stimmt. Boah, dann überleg mal, was ein Hype dieser Server damals hatte, dass selbst ein Knossi eine eigene Show dafür gemacht hat. Das war schon eine krasse, aber ich meine, Immortal hat auch eine krasse Kooperation mit dem. Da wurde ja auch irgendwie so sein neues Produkt da promotet und so und das gab es dann auch IC als Item und so. War eine ganz große Geschichte. Dann gab es am Würfelpark gab es dann so eine, so eine, so eine ganze Ding, so modellierte Sachen und so weiter. War eine coole Idee, war echt eine coole Idee so an sich. Gut, das ist dann ziemlich natürlich auch von so Sachen machen wir jetzt Alkohol und so weiter. Das ist jetzt nicht so mein Ding, aber er hat es halt, das war schon sehr, sehr gut durchdacht, was er da gemacht hat. Das ist definitiv auch ein Geschäftsmann-Sinn. Absolut. Und der hat, glaube ich, wirklich im Winter auf die Intelligenz zur Art und Weise im Internet sein Produkt promotet und ich glaube, das ging auch gut, gut ab. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ging sehr, sehr gut ab und der Typ weiß gar nicht. Das, was der macht, also viele Leute sehen den immer als Troll und das wirkt immer wie so ein Troll. Der weiß schon, der weiß schon, was er tut. Der Typ weiß ganz genau, was er da tut. 100.000 Prozent. Dieser Typ ist Entertainer, aber bewusst. Das ist so, er oder, er ist so eine, ist so diese Art Stefan Raab von damals TV. So. Stefan Raab im Internet, ja. Der ist der Stefan Raab im Internet und ich glaube, noch in den nächsten 10 Jahren, so, also das Internet und Entertainment-Branche und so weiter und so fort. Er ist noch lange nicht fertig. Nein, nein, nein. Das wird noch, das wird noch ein großes Ding. Das wird noch, wenn er 50 ist, glaube ich, noch ein großes Ding sein. So, das wird ein gigantisches Ding. Also, er weiß ganz genau, wie das Internet funktioniert. Er ist mit der Zeit gegangen, geht mit der Zeit und er nutzt das auch richtig für sich. Und ich finde auch gut, also bei einem Knossi finde ich zum Beispiel gut, dass er sich von einem Casino-Streamer in so einem Entertainer, klassischen Entertainer entwickelt hat, der wirklich aus allem aus scheiße Gold macht. Ja, das finde ich gut. So eine Entwicklung finde ich zum Beispiel gut. Weil dieses Casino-Ding damals, das war ja Schrott. So, das ist, jeder sagt immer jedem das Seine, ne, aber ist halt Schrott. So. Aber hast du noch Kontakt zu dem? Du Knossi selber? Ja. Nee, nee, nee. Wir haben uns da einmal gesehen, so Nummern ausgetauscht mit der Managerin. Ich habe da eine Idee gehabt, wir wollten die mal verfolgen, aber das hat sich dann auch zerschlagen. Aber die Idee gibt es immer noch und irgendwann soll die auch umgesetzt werden. Also, ich habe da eine sehr, sehr gute Idee. viele denken auch, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Twitch ist in der Krise und alle Streamer sind in der Krise und sonst was. Das ist einfach kompletter Blödsinn. Du musst dir immer nur den Weg des Geldes anschauen. Und wenn du schaust, was an Werbebudget verlagert worden ist von Radio, Rundfunk, Werbung, TV hin zu Internet, das wird die nächsten Jahre, wird das alles noch viel, viel krasser. Das Geld ist da, so die Firmen sind da, die wollen auch alle auf den Zug aufspringen. Von daher, da wo das Geld ist, werden auch die Dinge passieren. Das ist einfach so. Jetzt ist halt die Frage, wer setzt am schnellsten und am schlauesten auch von den Content-Creatern um, dass es für Werbekunden letztendlich interessant wird, wenn man es jetzt so aus business-technischer Sicht sieht. Das ist aber die Sache, ich weiß nicht, ob vielen Leuten das da draußen bewusst ist, aber ich kann euch eine Sache sagen, ich weiß nicht, ob Twitch-Steamer das als Geheimnis behalten wollen, aber die Placements, die die Leute haben, das ist das, wo das meiste Geld rauskommt. So. Es ist nicht unbedingt die Subs und klar, es gibt Leute, die haben wirklich crazy, crazy Supporter und crazy Donater, aber die größten Steamer, die ihr kennt, die machen das meiste Geld durch die Placements und die Placements, die Budgets, das sind einzelne Personen, die mit solchen Budgets am Ende dann hantieren beziehungsweise solche Budgets zur Verfügung gestellt bekommen, weil sie nun mal die kommerzielle Reichweite dafür haben. Richtig. Was denkt ihr, was so ein kleiner Streamer schon teilweise bekommt? Ja. Ich kann mich noch dran erinnern, ich kann darüber reden so, weil ich habe das Placement am Ende eh nicht mehr bekommen, aber es gab ein Placement zum Beispiel, da haben die mir für drei Monate, das war ein Spiel, was ich spielen sollte und das war kein Spiel, also kein moralisch verwerfliches Spiel oder so, das war sogar ein sehr erfolgreiches Spiel, das kennt ihr auch wahrscheinlich alle, nur halt natürlich, im Grunde, aus Respekt jetzt vor dem jeweiligen Werbepartner, natürlich sag ich jetzt nicht, welches Spiel, es war aber ein Spiel, ich sollte es zweimal die Woche spielen, einmal die Woche spielen, zwei Stunden, über drei Monate, die haben mir angeboten, 6.000 Euro, so, und ich bin nicht der größte Streamer-Chat, jetzt überlegt mal, wenn Leute wie ich mit den Zahlen, die ich jetzt gerade habe, solche Deals bekommen, was ein Montana Black beispielsweise bekommt für seine Deals, weil ein Montana Black ist nochmal eine ganz andere etablierte Szene, das ist ein Kult um ihn herum und der Typ hat immer seine 20, 30, 40.000 Zuschauer, so. Und es wird, es wird mehr und nicht weniger, weil die, weil die Firmen alle langsam, also mich wundert eh, dass das so lange gedauert hat, aber mittlerweile verstehen die Firmen das und gehen auch alle in diese Art des Marketings, also die ganzen Budgets werden alle Richtung, Richtung Internet verlagert. Macht auch mehr Sinn, weil du viel genauer die, die Zielgruppen targeten kannst, weil du viel genauer deine Werbung da an den Mann bringst, wo du die, wo du die haben willst. Und, äh, das wird, das wird mehr und nicht weniger und von daher, äh, jeder, der irgendwie denkt, dass Twitch jetzt vorbei ist und, und dass das Streaming am Arsch, das wird die nächsten Jahre völlig eskalieren, da wird so viel Geld fließen, das ist, äh, wenn man sich positionieren das ist noch lange kein Ende. Ja, definitiv. Wenn man sich irgendwie positionieren möchte und wirklich sagt, ey, ich hab Bock, Content zu createn und so weiter und so fort, äh, dann ist, glaube ich, jetzt die beste Zeit, sich irgendwie zu positionieren. Ähm, aber ein Ratschlag, den ich so den Leuten da draußen geben kann, ist, ähm, fangt euch nicht so ein in dem Gedanken, so viel Geld zu verdienen. Weil, sobald ihr, es ist, es ist gut, Geld in der Hand zu haben, weil mit Geld in der Hand kannst du Dinge tun, aber sobald du Geld im Kopf hast, wird es problematisch. So, und, Astagfirullah, dass ich das sage, ne, aber es gibt viele Leute da draußen, die haben nicht, die haben, die glauben nicht an einen Gott, sondern die haben Geld und Materialismus zu ihrem Gott gemacht. So, und so leben diese Leute auch. Und das macht dich krank und kaputt. Am Anfang fühlt sich das gut an, weil das kickt, dein Dopaminspiegel kickt durch die Höhe. So, natürlich, wenn du viel, wenn du mit deinem Hobby Geld verdienst und auf einmal die ersten Zahlen auf deinem Konto siehst, natürlich schießt dein Dopamine. Bist du der Babo. Dann bist du der Babo, dann denkst du dich so, holy moly, so, so diese Beträge, what the fuck. Natürlich, denk an die Steuern, die Finanzamt ist kein Spaß. Gerade Deutschland Finanzamt, Deutschland Finanzamt, macht euch, meldet euer Gewerbe an, ja, und sucht euch einen Steuerberater, der sich auskennt, mit gerade wenn es um so Geld geht, was aus dem Ausland kommt und so weiter und so fort und mit Donations, also sucht euch einen guten Steuerberater, ja, gebt ihm auch das Geld, was er verlangt, lasst euch nicht verarschen, aber gebt ihm Geld, dass er das sauber macht, weil in Deutschland hast du, kannst du mit jedem ein Problem haben, aber nicht mit dem Finanzamt, weil wenn das Finanzamt ein Problem mit der, die gewinnen zu 99 Prozent, so, da gibt es kein, wir haben Fehler gemacht, was redest du? Bei uns nur Zahlen, Daten, Fakten, gib uns dein Geld, so, so ist das. 99 Prozent, Kalito weiß das genau, weil Kalito ist ein Geschäftsmann, der weiß, der weiß, was Finanzamt ist, der weiß, diese Struggles mit Steuerberater und ich kann euch einen Tipp geben, einen Tipp für die Leute, die selbstständig sind, sucht euch einen Steuerberater, der euch in den Arsch tritt, der wie ein großer Bruder ist, der wie dein, der schlimmer ist, als wie dein Vater, glaubt mir, das sind die besten Steuerberater, die dich in den Arsch tritt und dich anmeckern, wenn du eine Frist verpasst, die dich richtig so zu Dingen machen, die sagen so, die dir ein bisschen die Leviten lesen, wisst ihr, was ich meine? sucht euch einen Steuerberater, der euch ein bisschen in den Arsch tritt und Feuer unterm Hintermacht, weil glaubt es mir, glaubt es mir, in Deutschland, es ist leider so, du zahlst sehr viele Steuern, ja, aber so in Deutschland ist das leider so, das Finanzamt ist dein größtes Problem, wenn du einmal dort auffällst, die werden dich von A bis Z auseinandernehmen, das Schlimmste auch immer dieses, wenn eine Betriebsprüfung ist, wallah, wenn eine Betriebsprüfung ist, ihr kriegt Fieber, ich schwöre es euch, Betriebsprüfung ist Fieber, was sind das für schöne Menschen bei Lupa im Stream? Halleluja, Leute fragen, was das für schöne Menschen sind an der Wand, Bruder, bei dir, was ist das? Das habe ich von, ey, ich weiß nicht, also ich bin jetzt nicht so der emotionale Typ, aber da hatte ich Tränen in den Augen, das haben wir eine Mods mit zu Weihnachten gemacht, da sind alle Mods drauf, mit Unterschrift und hast du nicht gesehen, sehr, sehr krass, das hat mich extrem gefreut. Das sind alles deine Mods? Aha, das ist meine Mods, oh, wie cool ist das denn, ich schwöre, richtig cool, ich würde es abnehmen, aber das ist in diese komische, wie heißen die Teile, Schaumstoff, Akustik, Scheißdreck, nee, aber ich kriege das nie wieder hin, wenn ich das jetzt weg mache, also das ist halt, dann lass es besser dran, aber es ist sehr, sehr geil, das ist schön, die haben ja auch so Dosen, irgendwie so Zeug, was ist das denn, das sind überall, das ist die Dose, wo quasi überall die Mods mit drauf sind, das sind lauter so Zeugen, wie lachig ist das denn, Digga, richtig geil, richtig geil, aber warte, was hast du für einen Geschmack, ich, ehrlich gesagt, habe ich mich nicht getraut, das aufzumachen, weil die Dosen sind mir heilig, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ist da für eine Energy drin, Koffein, haltiges Erfischungsgetränk, mit Taurin und Vitamin C, wir haben gerade uns mit dem Chat über Finanzamt unterhalten, als Streamer, und ich habe so den Chat gesagt, so ihr, das ist die, mit dem ihr am wenigsten Streit haben wollt, oder überhaupt Stress haben wollt, ist das Finanzamt, und das Schlimmste, was dir so passieren kann, gerade so als Streamer oder Selbstständiger, ist eine Betriebsprüfung, so Kalito sagt auch schon, der streitet sich immer mit, der streitet sich jeden Monat, mit seinem Steuerberater, aber das ist gut, das ist gut, dass du einen Steuerberater hast, der sich mit dir streitet, Bruder, weil du brauchst so einen, du brauchst in Deutschland so einen, damit du keine Fehler machst, wenn du einmal einen Fehler machst im Finanzamt hast, ist es vorbei, was heißt es vorbei, aber es ist scheiße, es ist scheiße, Bruder, bei denen echt negativ aufzufallen, das ist wirklich, wirklich stressig, und das kann lange deinen Kopf auseinander nehmen, Bruder, wir kämpfen, wenn ich zu viel Subseye, ruft mich um 8 Uhr an, ja Bruder, normal Bruder, aber das Ding ist, weißt du was das Ding ist, Bruder, der sagt sich auch so, ja wie soll ich den Finanzamt erklären, dass das alles Werbekosten sind, Schwierig, sehr schwierig, das stimmt schon, also du kannst, bei 10.000 gegifteten Subseye, Bruder, ich will gar nicht umrechnen, wie viel das in Euro ist, da lass mal, lass gar nicht darüber reden, Bruder, lass gar nicht darüber reden, das ist schon Gänsehaut, also Carito an der Stelle, Bruder, danke für deinen Support, mein Konto nicht mehr im Blick, als sein eigenes, aber sagst du, Bruder, so Finanzamt an sich, als Streamer, das ist ja auch so eine große, das ist ja auch so eine große Thematik, die viele unterschätzen, Ja, also ich würde mich eher mit den Abou-Chakas anlegen, aber nicht mehr im Finanzamt, also dann würde ich doch bei Arafat der Flasche sitzen oder so, nicht bei Finanzamt im Büro. Versteht ihr jetzt, was ich meine, das ist kein Spaß, was wir sagen, das ist wirklich so, so Finanzamt größte Mafia in Deutschland, so die, wenn du deren Brief siehst, und das ist nicht deine Einkommenssteuererklärung, ein anderer Brief außerhalb davon, du kriegst, es kommt Arschwasser, also bei den meisten ist Arschwasser, ich sag euch, wie es ist. Bruder, ich bin ehrlich, lieber gebe ich das Leuten anstatt dem Finanzamt. Bruder, Ehrenmann, Bruder, das kann ich auch verstehen, was für Briefe, Bruder. Ja, auf jeden Fall, warte mal, wir hatten ein paar interessante Fragen, es gibt so Leute, die haben eine sehr oft eine Frage gestellt, ich weiß nicht, ob diese Frage vielleicht zu nah geht oder sonstiges, ich kenne diese Person nicht, von einer Person, wie stehst du zu Walle? Und wer ist Walle? Zu Walle? Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Ich bin ein riesen Fan von Walle, also der Streamer. Chat, meint er denn, meint er denn, meint er denn, oder? Ja, also die Frage wurde jetzt mehrmals gestellt, nicht nur von einer Person. Also ich bin ein riesen Fan von Walle, für mich einer der großartigsten, wenn nicht der großartigste Crime-RP-Spieler. Wer ist Walle? Super, super genialer Typ. Welcher Walle? Walle, Walle Koberk? Spielt auf Hardcore-RP-Servern, der ist glaube ich auf Unity, ist der. Ja. Und ich hatte das große Glück, schon mit ihm RP haben zu dürfen. Ja. Was immer sehr, sehr episch war. Für mich, für mich mit der beste deutsche RP-Spieler. Also wir haben sehr, sehr gute, Walle ist ganz klar Top 3 und gerade im Crime-Bereich. Und ich mag den einfach wahnsinnig gerne. Der ist für mich einer der Besten und ich schaue dem auch gerne zu. Ich schaue nicht so viele Streamer, aber Walle schaue ich einfach gerne. Bin ein riesen Fan von dem. Und war natürlich auch ein geiler Moment, als ich den dann mal hosten konnte mit mehr Zuschauern, als er davor hatte. Das war schon geil, wenn du Fan von jemandem bist und der sich dann über deinen Host freut. Das war ein sehr besonderer Moment für mich. Und bin cool mit dem. Und der hat letztens sogar gesagt, ich soll mal eine Führung auf Coaleone für ihn klar machen, dass er da mal rauf darf und sich das alles anschauen darf, weil der war noch nie auf so einem Soft-Mitcore-Ding. Der kommt halt komplett vom Hardcore-RP und ist genial, der Typ. Also wirklich, der macht zweieinhalb Stunden Autoverfolgung mit den Cops, zweieinhalb Stunden durch, also wirklich die ganze Stadt, so epische Geschichten. Die machen jeden Sonntag so einen speziellen Raub, wo die immer ein anderes Konzept haben und nie gleich und immer episch und immer mit stundenlang Geiselnahme verhandeln. Tausend Sachen passieren gleichzeitig. Also großartig, Entertainment pur. Ich bin ein Riesenfan von dem. Ist Unity Rage MP oder Alt-Wi? Alt-Wi, glaube ich. Okay, ja gut. Also Alt-Wi sind ja jetzt nicht so viele Server, aber Alt-Wi... Übrigens, Carlito, wenn du zuhörst, das wäre ein Traum von mir. Wenn du mir das genehmigen würdest, dass ich Wallen mal für einen Tag auf Coaleone holen darf, um dem Coaleone zu zeigen, da würdest du mir einen Traum erfüllen. Ich glaube, da ist er jederzeit willkommen. Aber ich weiß, was das Ding ist, Coaleone-Community ist ja auch so ein bisschen eigen. Whisky meinte das auch schon so zu mir, dass eigentlich ist Coaleone kein so streamerfreundlicher Server, weil den Leuten geht es da nicht darum. Den Leuten geht es darum, RP und das, was sie dort erleben. Aber einerseits Leute wie du profitieren halt davon. Sie haben irgendwo ihre Ruhe. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du denen nicht mit irgendwelchen Star-Allüren begegnest und korrekt zu denen bist, sind die auch korrekt zu dir. Ich bin extrem herzlich empfangen worden. Ich habe da so intensive RP-Beziehungen wie lange nicht. Also wirklich, wo auch Bindungen und RP-Hintergrundgeschichten entstehen. Und wenn du korrekt zu den Leuten bist, juckt die das eigentlich nicht, ob du jetzt streamst oder nicht streamst. Also ich hatte nie jetzt groß das Gefühl, dass da irgendjemand sich jetzt anders verhalten würde, weil ich irgendwie Streamer bin oder so. Der ein oder andere Trottel kommt mal oder so, aber der ist dank der Politik auf Corleone dann auch relativ schnell weg. Ja. Und ansonsten ist das top. Also ich mag diese Community sehr, sehr gerne. Die ist sehr eingeschworen, finde ich aber auch gut. Es ist halt ein ganz eigenes Projekt. Du kannst auch Corleone, ich wüsste nicht, mit was man es vergleichen kann. Corleone ist, wie Carlito immer sagt, Corleone ist Liebe, Corleone ist Familie, Corleone ist so ein ganz eigenes Ding. Und ich glaube, um das zu verstehen, muss man auch einfach mal eine Zeit lang auf dem Server sein, damit man kapiert, wie die Community da auch tickt. Was sagst du? Also ja, also Corleone ist halt so eine Community, das erste Mal, wo ich mit ihm darüber geredet habe, meinte halt er so zu mir, dass Corleone eine Community ist, die so irgendwo immer noch einen gewissen Community-Gedanken hinter sich hat. So, das heißt also, wenn es irgendwelche Probleme gibt, da denkt nicht jeder an sich selber in erster Linie, weil er hat nichts davon, an sich selber zu denken, sondern die denken halt irgendwo immer noch an die Community. Der Support ist da sehr, sehr stark und das ist halt etwas, das ist ein Projekt, wo nicht nur die Projektleitung oder das Team sehr viel Herz reinsteckt, sondern auch die Spieler selber. Ja? Ja. Und der Erfolg des Servers spricht halt für ihn. Also der Erfolg des Servers spricht halt für ihn und dementsprechend, klar, alles hat seine negativen Seiten, so. Nur, also, zeig mir in 5M-Server, der länger als, der mehr als anderthalb Jahre überlebt. Das ist eine Handvoll. Das ist eine Handvoll. Die meisten verschwinden nach einer gewissen Zeit, so. Es gibt so diese Standard, Standard-Server natürlich, ja, wo dann jeder mit Non-Lightless ein Klick, dann ist er drauf, kommt, die überleben auch irgendwie. Das ist halt für viele, gerade auch so jüngere Leute, sehr interessant. Aber grundsätzlich so ein, ein RP-Server oder grundsätzlich ein Server, wo wirklich, wo noch einigermaßen RP gespielt wird, das er mehr als anderthalb Jahre überlebt, das ist halt in 5M sehr selten. Ja, das ist, Absolut. Es entscheiden jeden Tag fünf neue Server und verschwinden wieder am selten. Und zehn, zehn neue machen zu, so ungefähr. Ja, richtig, genau. So, das ist das. Und gerade auch, wenn es halt in 5M geht, es halt fast nur um Gambo. Das ist halt sehr, sehr schwer, so dieses nur RP so durchzuziehen. Aber ja. Übrigens ist es Zufall, dass ich den Corleone City Pulli anhabe. Ich schwöre, also das ist einfach, das ist mein Lieblingspulli geworden, weil der so weich ist. Das ist wirklich Zufall, wenn ich das so denkst, ich will hier Werbung machen. Das ist wirklich Zufall, dass ich den anhabe. das ist absolut, kannst du ja gerne machen. Okay. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber ich repräsente natürlich stolz. Also die andere Sache ist, apropos jetzt representen stolz, sehr oft haben Leute, also auch vor allen Dingen auf Instagram, einige haben gefragt, bei deiner RP-Erfahrung, ob du dich schon mal jemals vorgestellt hast, ein eigenes Projekt zu machen. Könntest du dir sowas vorstellen? Eigenes RP-Projekt? Ja und nein. Also wollte ich ja auch. Ich habe da auch ziemlich viel Kohle reingesteckt in so ein Red Dead-Projekt, was schwierig sich gestaltet hat und was ich für mich persönlich auch Adapter gelegt habe. Es gibt einen Aimless, der macht das jetzt auf seine Regie weiter. Schwierig. Also ja, vielleicht irgendwann. Ich habe noch zwei, drei Ideen, wo ich vorhin schon gesagt habe, wo ich dann aber mit Leuten machen würde. Weil wie gesagt, ich kann es nicht selber realisieren. Da würde ich dann auf Leute zurückgreifen, wie keine Ahnung, ein Sparta, ein Kalito, Whisky. Mit solchen Leuten kann man sowas umsetzen. Aber alleine schwierig. Weil wie gesagt, wenn du nicht von dieser Materie bist und halt gar keine Ahnung hast und von dir eigentlich nur die Idee ist und du an der Umsetzung überhaupt nicht mitarbeiten kannst, ist immer schwierig. Weil die Leute setzen sich da hin, die machen, die tun und du bist halt der mit der Idee. Aber du hast halt nie so diesen Bezug, wie wenn du da selber den Ton angibst, weil du programmierst, weil du dies, weil du das machst. Du bist halt dann immer nur so das Rauschen im Hintergrund. Schwierig. Ja, das stimmt. Aber reizen wird es mich natürlich. Ich würde gerne mal ein Projekt so umsetzen, wie ich mir das vorstelle, aber es ist fast nicht machbar, wenn du keine Ahnung von der Materie hast. Das Problem ist halt auch, Red Dead ist nochmal ein ganz anderer Film. Ganz, ganz anderer Film. Es ist an sich vom RP her ist es cool, ist auch spannend. Red Dead Redemption 1 und 2 waren geile Spiele. Also ich fand, das waren eines der besten Spiele überhaupt, teilweise. Red Dead Redemption 2 finde ich immer noch bis heute ist auf jeden Fall ein Spiel. Jeder soll das mal gespielt haben. Es ist eine sehr geile Story auch. sehr, sehr geile Atmosphäre, sehr, sehr geile, die Missionen sind auch sehr, sehr geil. Das ist einfach mal ein anderes Feeling und die Umsetzung ist einfach, ich meine, es ist ein Rockstar Game, so die Umsetzung ist nahezu perfekt. Alter, das ist, das ist einfach Lachkrieg, oder wenn du im Story-Modus da so rumreitest mit deinem Pferd und irgendwann kommt da so ein scheiß Bär lang, den du, den du jetzt mal vorweg rennen musst und den zu killen, wenn du, du hast wirklich schon eine begrenzte Zeit, so bevor der dich anspringt und so, weißt du, das ist halt, das sind so, das ist ein geiles Feeling, aber es ist halt longterm ein bisschen öde als RP. Es ist sehr entschleunigt, ja, und es ist alles halt, es ist furchtbar entschleunigt und da ist halt wirklich eigentlich nur Dialog, also da wird im Prinzip nie geschossen, da ist nur Dialog, muss man mögen, wird sich auch langfristig nicht außerhalb dieser kleinen Fangemeinde durchsetzen, weil es einfach für die breite Masse zu langwierig, zu langweilig ist. Ja. Da fehlt die Action. Ich muss auch sagen, ich konnte mir zur Red Dead Zeit, konnte ich mir nicht vorstellen, nochmal GTA RP zu spielen und jetzt, wo ich auf Kaleone bin, kann ich mir nicht mehr vorstellen, Red Dead zu spielen. Es ist halt auch immer das, worauf du gar Bock hast. Ja, auf jeden Fall. Es ist, wie gesagt, Red Dead ist halt, was man so zwischenzeitlich spielen kann, was halt sehr lustig ist, aber es ist nichts, was man langfristig, glaube ich, spielen kann. Genauso auch wie dieses Gary Swat RP, ich weiß nicht, ob du da schon mal so ein bisschen reingeschnuppert hast, Harry Potter auf Gary Swat. Ich habe das mal gesehen, ja, da fehlt mir der Kontext. Ich habe nie dieses Harry Potter Filme gesehen, oder so. Oh shit, ich weiß nicht, Hast du auf jeden Fall Zeit, was nachzuholen? Ich habe mal den ersten Film 20 Minuten gesehen und da habe ich mir gedacht, wollen die mich alle verarschen? Was soll denn da toll dran sein? Irgendwelche Kinder, die da irgendwelche Snugglepuffs fangen, oder wie das Zeug heißt, Quidlich, und hast du nicht gesehen. Es war mir einfach zu dumm so. Alle meinen so, du musst die ersten zwei Filme durchhalten, dann wird es gut. Ja, auf jeden Fall. Also die ersten, also der dritte Teil, Gefangene von Azkaban oder so war das, da wird es spannend, da wird es sehr, sehr spannend. Weil da fangen die auch an, da sind die auch älter und da ist auch ein bisschen, da ist deutlich mehr Action und so, da ist das nicht mehr so ein bisschen cringe. Die ersten beiden Filme sind ein bisschen, natürlich, die sind halt noch Kinder und so, das ist halt jetzt nicht so krass. Das ist mir schon so gefallen. Wie dem auch sei, das ist halt geil, das ist halt, ab dem dritten Teil wird es geil. Aber, wie gesagt, vielleicht eines Tages. Musst du eines Tages mal durchstarten. Was ist denn deiner Meinung nach die beste Story aus allen Videospielen? Also ich habe gemerkt, du bist auch... The Last of Us. The Last of Us. Absolut, mit Abstand, ja. Erster Teil oder allgemein alle? Findest du alle gut? Erster Teil ist mit Abstand das beste Story-Game, was jemals gemacht wurde. Dann kommt The Last of Us 2, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel sieht, als das erste Mal. Man muss The Last of Us 2 zweimal spielen. Wenn du das erste Mal spielst, bist du todesenttäuscht, weil The Last of Us 2 ist im Endeffekt der dritte Teil, die haben den zweiten Teil vergessen. Wenn du es aber dann aus einem anderen Blickwinkel siehst, ist es ein bombastisches Story-Game. Genauso wie Days Gone. Days Gone ist auch klasse. Wie? Days Gone ist nice. Days Gone ist echt nicht schlecht. Sehr, sehr gut. Wie hat man das so verstehen? Dass das irgendwie der dritte Teil ist, aber irgendwie ist es doch Teil 2? Also Teil 1 endet ja damit, dass er im Prinzip, oh mein Gott, ich kenne das, ich kenne dieses Spiel einfach auswendig, endet ja damit, dass er Ellie anlügt und dieser Vertrauensbruch und im Prinzip jeder eingefleischte The Last of Us Fan hat sich halt gewünscht, dass es im Prinzip da nahtlos weitergeht. Dass du dann quasi siehst, wie sie aufwächst und du siehst halt einfach diese Zeitspanne, sie ist plötzlich irgendwie, keine Ahnung, acht Jahre älter und diese acht Jahre fehlen einfach und diese ganze Beziehung, die in dem zweiten Teil angeteasert wird, also wo es immer wieder Rückblenden gibt, so kleine Häppchen, wie sich die Beziehung wohl entwickelt haben soll, es fehlt einfach und das bricht einfach jedem The Last of Us Fan so ein bisschen das Herz, dass du diese Entwicklung nicht siehst. Hätte man einen zweiten Teil gemacht, die genau diese Zeitperiode behandelt, nämlich dieses Aufwachsen zu dieser Frau, die sie dann wird und das als dritten Teil, dann hättest du ein episches Meisterwerk und ich bin mir fast sicher, dass die nochmal einen Teil nachreichen werden mit genau dieser Zeitspanne. Es ist ein grandioses Spiel, aber die ganzen Fans haben halt alle geschrien, so ist das, fehlt die Zeitspanne und das ist bei so einem Meisterwerk einfach, das ist ja fast nicht tragbar. Das ist ja ein Skandal. Gibt es eine Serie dazu? Ja, jetzt auf auf Dinge erschienen, ich glaube HBO, Sky Deutschland kann man es anschauen. Phänomenal, ich habe gestern mit der ersten Folge angefangen und wie sagt man heute so schön, Waller Gänsehaut. Episch. Bester Mann. Sehr gut gemacht. Aber was ist mit Dings? The Witcher. Witcher, also ich finde, bin ich raus. Ganz raus? Bin ich raus. Ganz raus. Ich habe es gelöscht. Ich habe zweieinhalb Stunden gespielt, dann habe ich es gelöscht. Ist mir zu eintönig. Ist immer dasselbe. Reite von A nach B, sprich mit einer, bummst die, sie zieht sich wieder an, pflücken Apfel, reite dahin. Ist mir zu viel bla bla, zu wenig krasse Dialoge. Ich weiß nicht, aber jedem das seine. Mir gefällt es nicht. Ich fühle es null. Aber die Serie ist bombastisch. Die Serie ist richtig gut. Was sagst du zu so neuen Titeln, die vor kurzem erschienen? Bist du so ein Rick and Morty Fan? Rick and Morty fühle ich, ja. Hast du High on Life gespielt? Sehr lustig. Mit dieser komischen Handpistole, Handgun. Ja, ja, ja. Bin ich gerade am Zocken, ja. Sehr witzig, sehr gut umgesetzt. Sehr, sehr gut umgesetzt. Sehr lustig. Kann ich auch sagen. Sehr geiles Spiel. Ich habe es privat gespielt, in der Zeit vor allen Dingen, wo ich kein Internet hatte. Sehr geiles Game. Das ist wirklich lustig, ja. Sehr, sehr gut gemacht. Es ist lustig. Für Leute, die jetzt so Rick and Morty und so feiern und diesen 4D-Humor feiern, ja. Also er redet ja auch irgendwie so vier, also die Figuren reden ja mit dir vierdimensional, manchmal reden die mit dem Charakter und dann sagen die, nein, ich rede jetzt gerade mit dem Typen hinter dem Monitor, ja. Und das ist schon lustig. Das sind manchmal so Stellen. Das ist schon cool. Auch diese, da gab es eine, ich bin noch nicht so weit bei dem Spiel, aber eine Ding habe ich gesehen, frag mich nicht wo. Bei dem Streamer, keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, da steht er an so einem Fernseher und also da, da habe ich mich einfach in dieses Spiel verliebt. Da steht er an dem Fernseher und guckt diese Werbung an und in dieser Werbung sitzt einfach so ein Typ im Loch und schreit die ganze Zeit um Hilfe und dann haben die da irgendwie so eine Hit-Single draus gemacht. Es war so geil umgesetzt. Es war so episch, mörderisch lustig. Also sehr krass Detailverliebt. Es ist halt voll dieses Rick and Morty Ding. Unnormal, unnormal. Vor allen Dingen so dieses, auch diese Details in dem Spiel. Das Lustige bei Higher and Life ist halt diese Details. Manchmal, zum Beispiel in dem Bossfight, so du bist in einem Bossfight, dann drückst du mal Pausenknopf, drückst wieder raus und dann sagt diese Gun so zu dir so, Junge, bist du durch? Wie kommst du auf die? Hast du wirklich jetzt gedacht, das ist eine gute Idee, jetzt auf den Pausenknopf zu drücken? Mach dir nicht so dumm an. Das Spiel hat so geile Details. Aber es ist halt auf Englisch. Also für die Leute, die jetzt nicht eigentlich so stark sind, kann sein, dass sie es nicht so feiern werden. Es ist halt dann mit Untertitel und so weiter. Aber es ist wirklich, das ist ein Spiel, das macht auch so diese, diese, wie ist einfach die ganze Spielindustrie einfach so nebenbei. Das sagt er so, ja, das hätte jetzt vielleicht, diese Stelle, wo der Boss jetzt gestorben ist, das gibt uns jetzt wieder Potenzial für ein DLC, wofür wir euch dann 50 Euro verlangen für eine Stunde spielen. So die Unverschämtheit würden wir uns natürlich nicht erlauben. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir euch jetzt die treuen Fans alle abziehen wollen und so weiter. Also die dissen einfach so nebenbei noch so die ganze Spielindustrie und sagen so, ihr werdet alle verarscht von DLCs. Die 50 Euro kosten. Aber ich glaube auch, dass das Spiel extrem underrated ist. Für mich auch viel, viel zu wenig Werbung gemacht worden. Weil das Spiel ist einfach mal was ganz anderes. Also völlig underrated. Ja, absolut, absolut. Also ich finde es auch, ich finde es nice, dass solche Spiele noch existieren und dass die Macher sich da wirklich Gedanken gemacht haben. Und an jeden Leuten, die da draußen, also ich kann euch, wenn ihr mal Bock auf so ein Story Game habt, was so 20, 30 Stunden Spielzeit hat, spielt ruhig high and live. Es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß. Sude, die Frage ist, ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt. Die letzte Frage, die du reingeschrieben hast, die habe ich sogar beantwortet mit einem Podcast. Also da ging es ja, also die Frage war, was man gegen diese ganzen Sachen machen kann, also wegen der RP-Lage und so weiter. Aber das hatten wir ja schon durch. Also vielleicht eine andere Sache, mal abgesehen von jetzt so RP und so weiter und so fort. Bist du so ein Typ, der so gläubig ist oder so? Also du redest ja auch sehr viel von Dankbarkeit oder so, aber bist du irgendwie so gläubig? Glaubst du irgendwann so eine Entität? Also bist du so deep down, so jemand, der wirklich sagt, hey, danke Gott, dass ich so ein Leben führen kann? Ob man das jetzt Gott oder Alain nennt oder wie auch immer, ich würde ihm jetzt keinen Namen geben. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, also ich bin auch aus der Kirche ausgetreten, weil ich, also ich kann mich damit nicht identifizieren, so diese ganzen Dogmen und wie das da so gehandhabt wird, ist einfach gar nicht meins. Aber ich glaube, ja, ich glaube auf jeden Fall ganz, ganz fest. Und vor allen Dingen glaube ich halt auch, dass im Prinzip, ja, es gibt einfach so was universelles, Dinge sind miteinander verbunden und ich glaube einfach, dass es letztendlich, egal wie der am Ende des Tages heißt oder ob der einen Namen hat, dieser Sache, diesen Gott oder wie auch immer oder wie man das jetzt nennen will, ist eigentlich nur wichtig, was in deinem Herzen ist. Und solange du morgens in den Spiegel schauen kannst, ohne dass du kotzen musst und jeden Tag versuchst, die beste Version von dir zu sein, niemanden mit Absicht schadest und einfach versuchst, nicht stehen zu bleiben, sondern dich weiterzuentwickeln und ein guter Mensch zu sein, glaube ich, dass es irgendwann belohnt wird. Ich glaube auch so ein bisschen ans Karma und also ich bin schon ein gläubiger Mensch, ja. Okay, okay. Das ist, okay, das ist sehr interessant. Ich glaube auch, das ist halt ein wichtiger Faktor, irgendwo auch einfach dankbar zu sein, weil die Frage ist halt immer, wenn man dankbar ist, für was bist du dankbar und an wem bist du dankbar, weißt du? Ja. Ich glaube, ich finde es sehr wichtig, dass man das irgendwo in seinem Leben definiert oder zumindest diesen Glaubenssatz hat. Du kommst halt genauso aus Immortal. Hattest du vor Immortal schon sehr aktiv gestreamt? Ja, ja. Ich hatte da schon peaktreibende Zuschauer. Okay, also du, da warst aber noch nicht Partner, oder? Nee, nee, Partner war ich da noch nicht, aber so zu meinen guten Tagen hatte ich da auch schon 300 Zuschauer oder so. Okay, und wie lange lebst jetzt du von Twitch? So für mein Protokoll? Von Anfang an, seit dem ersten Tag. Also ich habe ja in einer Unternehmensberatung gearbeitet und habe meinen Job durch Corona verloren und durch die Arbeit in der Unternehmensberatung hatte ich halt den Luxus, dass ich sagen kann, dass ich da halt gut verdient habe und Arbeitslosengeld ein Jahr sind ja dann 60 Prozent und habe mir gesagt, okay, jetzt ein Jahr lang ziehe ich das durch und schaue und hatte Glück. Also habe auch schon vor Immortal davon gelebt. Okay, okay, ja, okay, krass. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Sehr nicht schlecht. Ich war früher Comedian. Comedian? Ja, so richtig mit Agenturvertrag und so. Bin durch Deutschland getingelt. Warum weiß ich das nicht? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist nicht gefragt. Weiß nicht, niemand. Das ist das, was... Aber das ist doch die Frage, die ich gestellt habe. Dein Werdegang. Niemand kennt den. So, das ist das. Das sind diese Exklusivitäten, die wir hier bei hier auf Krampf, nur auf Krampf Podcast brauchen. Und diese auf Krampf, diese Fragen, die du beantworten musst, aber die du eigentlich nicht beantworten willst, aber beantworten musst. Okay, willst du die jetzt werden? Ja, natürlich. Gut, also. Mein Werdegang. Mit elf haben sich meine Eltern scheiden lassen. Mein Dad ist an meinem Geburtstag ausgezogen. Das ist der Grund, warum es mir die letzten Tage nicht so gut ging, weil Geburtstag für mich immer schwierig ist. So die Zeit vom 20. Januar, äh, 20. Dezember bis gestern, respektive heute, ist für mich immer so die schwerste Zeit im Jahr, weil da halt so alles hochkommt. Ich bin dann mehr oder weniger alleine, äh, aufgewachsen. Äh, schwierig. Habe mich immer alleine durchstruggeln müssen. Bin so ein bisschen auf der schiefen Bahn gewesen. was man halt so macht, ne? So Dinge ausprobieren, illegale Substanzen, Schlägereien, dies, das. Ähm, zwei, drei sehr unschöne Erlebnisse gehabt. Äh, dann fast tot geprügelt worden. Äh, 17 Stunden Not-OP. Da wurde quasi von meinem, von einem Ohr zum anderen aufgeschnitten, Gesicht abgeklappt und am Hand von Ausweisfoto Gesicht nachkonstruiert. Also ich hatte früher eine andere Nase. Grüße gehen raus. Ähm, dann, äh, konnte ich fast ein Jahr deshalb nicht arbeiten, war zu der Zeit aber selbstständig, war sehr, sehr schwierig. Ja, so, du wolltest es hören. Dann, ähm, irgendwann wieder berappelt, dann, äh, als, was hab ich da gearbeitet? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab wieder bei der Telekom, da hab ich auch gelernt und nebenbei war ich als Komiker unterwegs. Ich hab ein Demo-Video gemacht, hab das an eine Agentur geschickt, die haben mir einen Vertrag gegeben über sechs Monate, haben mir Bookings besorgt und dann bin ich quer durch Deutschland gefahren, kam auch gut an. Ich war in Berlin, ich war in Bonn, ich war eigentlich überall und, äh, das Problem war aber, dass du fährst da hin, dich kennt keiner, das heißt, dich bucht auch keiner für 45 Minuten, eine Stunde oder so, sondern du gehst da quasi hin, äh, ist dann so ein bisschen ein besserer Open-Mic-Abend, also sind zwar schon gebuchte Leute, aber sind halt alles Anfänger, du machst halt deinen, deinen Sketch, der dauert zehn, maximal 15 Minuten und dann fährst du wieder. So, du fährst und ich komm halt aus dem tiefsten Bein, hier gibt's halt nichts. Die ganzen Clubs sind alle NRW, so alle da oben irgendwo, Köln, da kannst du von Club zu Club, aber hier gibt's nicht. Das heißt, wenn ich einen Auftritt hatte, fuhr ich durch ganz Deutschland, bin dahin, war im Idealfall als Letzter dran, hab meine zehn Minuten gehabt und dann bin ich wieder durch ganz Deutschland nach Hause gefahren. Das hab ich mir sechs Monate gegeben und, äh, ja, dann halt die Sprecher nicht mehr. so, das war jetzt, ähm, wow, das tut mir leid, das zu hören alles, äh, aber, nee, das ist gut so. irgendwo, ich verstehe irgendwo, das, das erklärt so einiges an dir, also du, ich hab immer das Gefühl, dass du mal sein, sehr, ähm, gelassener und bedachter Charakter bist, ja, also vom Typ Mensch her, äh, du weißt ganz genau, was du da tust und, ähm, also, das halt auch der Rest, so, ich respektiere dich so, als, 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 als Streamer, also du gehörst so zu den wenigen Streamer, wo ich sage, ey, du passt auf jeden Fall jemand, der hat was auf dem Kasten, einfach aufgrund der Tatsache, so wie du dich gibst und dadurch, dass du so viel erlebt hast im Leben, äh, äh, das, also, das erklärt so einiges. So, du hast, du hast, du hast das Leben erlebt, so, du hast das Leben wirklich erlebt und das ist das, was vielen Leuten da draußen auch wirklich fehlt, deswegen sind manche Leute so cringe, wie sie sind in der Öffentlichkeit, ähm, die haben vergessen, was das Leben ist, so, und jemand, der so im Endeffekt so geprägt ist vom Leben, der gibt sich ganz anders in der Öffentlichkeit, der gibt sich ganz anders, auch mit Erfolg, der gibt sich auch ganz anders, weil es gibt viele Leute, die schieben sich den übelsten Höhenflug, wenn sie in der Position sind wie du. Ich hatte bei dir 0,0 das Gefühl, schon damals, als wir uns auch kennengelernt haben, äh, in dieser Kanunzeit, ich hatte 0,0 das Gefühl, dass du denkst, du bist was Besseres als wir, so, obwohl du sehr, sehr gut mit dem, was du machst, lebst, ich bin halt immer noch der, der, der selbe kleine Dorfjunge, der ich immer war, so, keine Ahnung, ich kann auch bis heute nicht irgendwie, äh, so groß mit, mit Leuten drüber reden, die ich kenne oder so, ich, ich sag jetzt weder, dass ich bekannt bin, noch sonst, ich könnte auch niemals sagen, ich hab Fans oder so, würde, würde mir nicht über die Lippen gehen, kann ich nicht, oder wenn, wenn Leute fragen, ja, wann gibt's ein Merch von dir, oder so, hä, wer soll denn den Scheiß kaufen, so, ich, für mich, für mich, ich, ich hab null das Gefühl, dass ich irgendwie, bekannt bin, oder das, so, ich mein, okay, da schauen ein paar Leute zu, aber 50 Cent ist, ein Star oder sonst was, der hat Fans, aber, ich bin halt einfach irgendein Typ, dem, äh, Leute dabei zugucken, wie er Blödsinn redet, so, warum soll ich mir da eine Kappe von dem aufsetzen, weißt du, wie ich mein so, so, seh ich das halt, also, ich hab halt null irgendwie so, das Gefühl, da irgendwie was Besonderes zu sein, oder so, immer noch dasselbe wie immer, ich hab das auch nie geändert, ich hab, ich hab zwölf Stunden am Tag gestreamt, mit zehn Zuschauern, und ich hab, äh, zwölf Stunden am Tag gestreamt, mit 2000 Zuschauern, so, und auch wenn ich hunderttausend hätte, ich würde nichts anders machen, weißt du, wie ich mein? Ja, das fühlt man, das merkt man, vor allen Dingen, wenn man sich mit dir auch privat beschäftigt, das merkt man auf jeden Fall, ähm, ganz, ganz großen Respekt an dich, Bruder, so ganz, ganz großen Respekt, so kann ich nur oft genug sagen, ähm, und ich hoffe, du, du bleibst so, wie du bist, und entwickelst dich dahingegen, äh, wo du dich auch entwickeln möchtest, ja, ähm, das ist, das ist, das ist eine Charaktereigenschaft, äh, das ist wirklich eine Charaktereigenschaft, die haben nicht viele, weil es ist leider so, wir Menschen sind leider so, sobald wir mehr haben als alle anderen, neigen wir dazu, äh, gewisse Verhaltensmuster an den Tag zu haben, oder zumindest das Gefühl zu haben, dass wir über dem anderen stehen, so, das ist leider so, und das erlebst du sehr, sehr oft in diesen, in dieser Influencer-Szene, in dieser Bubble und so weiter und so fort, und boah, das ist, äh, ich muss sagen, genau das, dass noch Leute wie dich, die noch das gewisse Maß an Selbstrespekt haben. Genau, genau das ist eigentlich das, was, was einem aber dann letztendlich, auch zum Verhängnis wird, weil, mir wurde schon so viel nachgesagt, von irgendwelchen Seiten, äh, weiß es nicht, ich sei dies, ich sei das, und, äh, abgehoben und sonst was. Ich hab nie was mit diesen Leuten zu tun gehabt, ich hab denen nie irgendwie Grund gegeben, äh, mich zu hassen, oder irgendwie schlecht über mich zu reden, oder sonst was. Die Leute, manchmal hab ich so das Gefühl, manche sind abgefuckt, weil sie einen nicht einschätzen können, weil man sich halt nicht beteiligt an diesen, an diesen Bubbles und sonst was. So, ich war auch eingeladen nach Köln, erste Reihe, mit, äh, ist ja auch vollkommen egal, die Hintergründe, aber ich bin da halt einfach nicht hingegangen, weil ich das nicht brauch, so. Klar, so alle sagen, ja, das ist dumm, und du musst da hingehen, und du musst Insta-Stories machen, und, äh, du musst dich connecten, und musst dies, und musst das, ich, ich muss überhaupt nichts. Wenn ich da keine Lust zu hab, muss ich das auch nicht. Klar wär das besser für mich. Klar ist es toll, wenn irgendeiner dann, äh, von mir aus, äh, irgendwie eine Story macht, und ich dann, äh, so und so viel Zuschauer mehr hab, ja, wunderbar, aber was bringt mir diese Story? Wenn ich den drei Monate später anrufe, und dem erzähle, ich hab noch zwei Monate zu leben, weil ich Krebs hab, dann juckt das den originalen Scheißdreck. Wen interessiert denn das da noch? Weißt du, wie ich mein? Ja. Es ist alles nicht echt. Es ist alles nur Plastik. Mhm. Es ist einfach nicht echt, und ich hab einfach keine Lust auf diese Welt. Also auf diese, jetzt nicht auf diese Welt, diese Welt ist super, äh, aber auf diese, das ist einfach nicht meins. Und ich hab mich da immer fern von gehabt, und es wurde schon oft gesagt, ich hab mir da viel verbaut, und ja, hab ich, mit Sicherheit, und ich hätte mehr wachsen können, und bekannter, und sonst was. Aber am Ende des Tages, wenn ich mich selber fragen muss, will ich das überhaupt? Mhm. Und die Antwort darauf eigentlich immer nein ist, weil sich's falsch anfühlt. Es ist schön, schau mal, ich hatte einmal ohne Host, ohne alles, ja, bei der Eröffnung des Autohauses, 5500 Zuschauer. Ja. Ohne Host, aus eigener Kraft. Ist Wahnsinn. Mhm. Ist Wahnsinn. Die Nachrichten, du, 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 du kannst nichts mehr mitlesen, und ich kannte die alle gar nicht. Und für die Hälfte der Kommentare hab ich mich einfach nur geschämt. Hab ich mir gedacht, Bro, bitte, wer bist du bitte? Geh, hör auf, sowas zu schreiben. Meine Community, ich kenn da gefühlt jeden, der schreibt. Und viele sind im Lurk, da bin ich selber schuld dran, weil ich nie mit dem Chat interagier, aber nicht, weil ich keinen Bock hab, sondern weil ich immer monotasking bin, ich kann mich immer nur auf eine Sache konzentrieren, vernachlässige den Chat, aber die Leute, die da sind, und gefühlt kenne ich die alle. Und ich bin einfach stolz auf die Community, weil da ist nie irgendwas, wofür ich mich schämen muss, oder wo ich sagen muss, ich würde jetzt nicht wollen, dass meine Familie irgendwie das sieht und sich dann denkt so, boah, was sind denn da für Leute? Weißt du, wie ich mein? Du verstehst, worauf ich hinaus will? Ja. Und manchmal ist weniger mehr. Und ich glaube auch, dass ich mit diesem Leben nicht klarkommen würde. Und ich glaube auch, es würde mir mehr schaden als nützen. Und ich glaube, ich bin so ein Charakter, ich würde da wahrscheinlich sogar dran kaputt gehen. Ich weiß nicht. Das wäre nicht meins. Das ist einfach nicht meins. Ich finde es so, wie es ist, gut. Klar, es kann immer mehr sein. So brauchen wir nicht reden. Aber vom Grundprinzip her, so ist es mir schon recht, wie es ist. Ich sage dir ehrlich, so deine Sicht von der Welt gibt mir ein bisschen zu denken übrig. Weil ich selber halt tatsächlich oft mir jetzt die Frage gestellt habe, auch gerade im letzten Jahr, so im letzten Quartal, habe ich oft mir so diese Frage gestellt. Also da sind viele Punkte, die du angesprochen hast in diesem Podcast bis jetzt, mit denen ich mich selber auch beschäftige. So dieses Footstep-Ding. Dann das, was du jetzt gerade gesagt hast, was du uns jetzt hier gerade mitgeteilt hast. Ich habe oft über diese Themen nachgedacht. Weil du entwickelst dich ja weiter und du versuchst halt so dein Ding zu machen und so weiter und so fort. Ich habe mir immer die Frage gestellt, dieses irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen, groß zu sein und hast du nicht gesehen. Inwieweit willst du das? Inwieweit willst du das? Inwieweit willst du in dieser Bubble sein? Und ich sage euch halt, wie es ist. Das ist, wenn man so viele Leute kennt. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Und ich weiß, wie die on streamen sind. Ich weiß, wie die privat drauf sind. Ich weiß, was manche Sachen, die viele nicht mitbekommen, eigentlich im Hintergrund passieren. Ich habe mich irgendwann immer... Und wie schlecht es vielen von denen geht eigentlich. Ja, ja. Also nicht unbedingt finanziell, sondern hier oben. Nee, nee, das nicht. Aber richtig mental und seelisch. Hier oben sind... Also ihr wisst gar nicht, wie viele Streamer, die auf jeden Tag happy und energetisch tun. Wie scheiße es denen da oben geht. So tatsächlich. Und die Sache ist... Ich will auch nicht so sein, Digga. Eigentlich will ich... Und das Ding ist aber auch, wenn ich das jetzt so sage, könnte mir jetzt auch zum Verhängnis werden, weil... Stell dir mal vor, ich werde irgendwann groß. Ich bin in dieser Position, weil irgendwie das, was du in die Hand genommen hast, funktioniert. Ja? Was möglich sein kann, was auch nicht möglich sein kann. Man weiß es nicht. Wir wissen alle nicht, was das Schicksal von uns vorbereitet. Aber stell dir mal vor, du kommst an diesen Punkt. Und dann frage ich mich, wenn du an diesem Punkt bist, willst du das wirklich? Willst du das wirklich so? Und dann ist es halt auch zu spät, weil von da kommst du halt auch nicht mehr zurück. Ja, das ist das. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit 40, 50 noch irgendwie Content machen will im Internet. Weil, keine Ahnung, ich bin auch auf dem Weg, ich will heiraten, so, ich will Kinder kriegen. Ich weiß auch zum Beispiel so, dass ich dann gewisse, wenn ich beispielsweise auch einen Partner habe, dass ich gewisse Sachen im Internet, dass ich viel mehr aufpassen muss, einfach nur, um meinen Partner nicht irgendwie, irgendwie zu verletzen. So, weißt du? Also ich, natürlich ist das dein Job, dein Business und hast du nicht gesehen und blablabla, also wenn es im besten Fall läuft. Nur, du hast dann eine ganz andere Haltung zu gewissen Sachen. So. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Stell dir mal vor, du hast dann irgendwann eine Tochter, die 14, 15 ist und irgendwie kommt die nach Hause und sagt, ey, Papa, stimmt, das hast du gestern im Internet zu irgendeiner Frau gesagt, du willst sie sonst was. Boah, Bruder. Willst du der dann in die Augen schauen? Boah. Und das ist halt die Frage, will, will, will und das hat halt, das ist einfach auch so ein Altersding, so mit 20, 25, wäre mir das auch scheißegal gewesen, da denkt man nicht an sowas, aber ja, es ändert sich halt einfach viel und ich glaube, es gibt da draußen Leute, die, die gerne berühmt werden wollen und die vielleicht auch dafür gemacht sind und sonst was und ich gönne denen das von Herzen und ich wünsche denen, dass sie ein schönes, glückliches, gesundes Leben haben. Ähm, ich weiß, ich würde daran zerbrechen. also ich, keine Ahnung, wenn, wenn dann da jemand kommen würde und würde sagen, okay, jetzt und jetzt musst du hier hinziehen und jetzt musst du dies und jetzt musst du das, ich kann das nicht, ich brauche meine Ruhe, ich brauche die Abgeschiedenheit, ich brauche die Berge, ich brauche dieses Zuhause. Genauso wie mit, keine Ahnung, sobald du, sobald du eine gewisse Größe hast, du machst den Stream an und du siehst plötzlich anders aus. Ich bin zum Beispiel über Nacht, bin ich so wunderschön geworden, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich war auf einmal der erotischste Mann der Welt und alle Frauen, die mich vorher nicht mal angepisst hätten, wenn ich brenne, fanden mich plötzlich super sexy. Weißt du? Aha, okay. Also, wäre ich nicht jetzt gerade da zu sehen und würde dich im, äh, im Fitnessstudio ansprechen, weil ich meine Plauze wegmachen will, dann würdest du sagen, Igitt, geh weg, schwitz mich nicht voll, du bist ja, boah, aber jetzt bin ich super sexy. Es ist, es ist alles fake und da kann man, kann man da sagen, geil und sonst was, aber ich sag dir eine Sache, was, dann tingelst du da drei, vier, fünfhundert Meter durch Deutschland, um irgendein Groupie wegzuknallen, kann man machen von mir aus, aber ich würde beim Nachhause fahren, würde ich wahrscheinlich im Auto heulen und mich fragen, was mache ich da, was mache ich mit meinem Leben, wie traurig bin ich geworden, dass ich sowas jetzt nötig habe. Weißt du, wie ich meine, das hat auch was mit Selbstachtung zu tun, diese Menschen, die, du interessierst die nicht, die mögen dich nicht, weil du Dominik bist, die mögen dich, weil du Looper bist und die ist nicht aufgewacht und hat sich gedacht, oh, der sieht aber geil aus. Weißt du, wie ich meine, es ist alles fake und da kann man sagen, finde ich geil, nutze ich sonst was, hätte ich mit 20 genauso gemacht oder 25, könnte ich nicht, könnte ich nicht. Klar kann man jemanden kennenlernen und dann ist der vielleicht nett und sonst was, aber so dieses, du weißt, in welche Richtung ich will. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist, ja, du bist aber auch noch in einer anderen Position. Es ist Plastik und es ist nicht echt und ich bin ein Mensch, mir wird es mehr schaden als nutzen, ich würde daran kaputt gehen. Mir würde das einfach nicht gut tun. Ja, glaube ich, also ich bin da genauso. Also, ich habe natürlich auch noch so einen Respekt, ich versuche auch irgendwie immer noch meinen Prinzipien treu zu bleiben. Ich will niemanden auch großartig jetzt zum Beispiel im Internet so kennenlernen, sei es jetzt männlich als auch weiblich. Also so, ich möchte keine neuen, also. Kann passieren, ich habe auch schon mit netten Damen geschrieben, so, weißt du, wie ich meine, es gibt nette Menschen da draußen, aber ich meine so, es geht um diesen Lifestyle. Ja. Sowas nutzen und am besten jedes Wochenende und hast du nicht gesehen und heute die und morgen die und sonst was. Du machst dich auch kaputt damit. Natürlich. Weil es immer oberflächliches, ekliges Plastikzeug ist. Es hat keine Tiefe und es nimmt dir mehr Kraft, als dass es dein Ego poliert. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, was das Ding ist? Das macht dich auf Dauer mehr kaputt. Weißt du, was das Ding ist, Bruder? Die Tatsache, es gibt Leute jetzt da draußen, die können das, was du jetzt gerade sagst, überhaupt nicht nachvollziehen. Die denken sich, das ist jetzt der dickste Rentner-Talk. Es gibt wissenschaftliche Evidenz, für das, was du da gerade sagst, es gibt wissenschaftliche Evidenz dafür. Je öfter du einen Partner hast, je öfter du den Partner wechselst, ja, jetzt auch vor allen Dingen im sexuellen Sinne, hinein, eine Bindung aufzubauen zum Nächsten. Und wenn du irgendwann an diesem Punkt angekommen bist und es ist leider so, die Damenwelt hat es da noch mal ein bisschen schlimmer als wir Männer. Noch mal ein bisschen, aber bei uns Männern ist das noch mal ein Ticken anders, aber bei Damenwelt ist das emotional noch mal ein bisschen schlimmer. Je öfter du den Partner wechselst, umso schwieriger hast du, dich an den Nächsten zu binden. So. Das gilt für Mann als auch Frau, aber der Effekt ist leider, wenn man sich so die Studienlage anguckt, ist es bei Frauen ein bisschen schlimmer, ja, die leiden mehr darunter als wir. Das ist das traurige, Bruder. Das ist das traurige in der Gesellschaft. Und das Problem ist, diese Gesellschaft, so wie sie jetzt gerade aufgebaut ist, redet das gut. Das, was du gerade gesagt hast. Richtig, richtig. Obwohl die wissenschaftliche Evidenz, wir haben die Studienlage, die das analysiert hat, über die letzten 50 Jahre gefühlt, ja, die genau, die Statistik sagt genau was anderes. Schau mal, ein Beispiel, damit du das besser verstehst, was ich mit diesem Lifestyle meine. Du wirst bekannt, du wirst größer, du dies, das, dann wirst du interessant für Werbegründen, hast du nicht gesehen. Irgendwann kommt jemand und sagt hier, keine Ahnung, zwei Wochen Barbados, machst du Fotoshooting für die Badehosen und sonst was. Bro, ich habe mir eine Story reingezogen von einer, die hat eben genau das gemacht und hat da immer Bikini-Fotos posten müssen. Die Tussi hat am Tag 20.000 Fotos gemacht von sich. So, du siehst dieses eine Foto, wie sie perfekt da sitzt und grinst und denkst dir, übelstes Leben, wow, Barbados und Pool und Kaipi und sonst was, aber dass die völlig fertig ist, dass die schwerst depressiv ist, dass die überhaupt nicht mehr fähig ist, an diesem Strand zu sitzen, ihr verficktes Handy nicht anzufassen, um mal die Schönheit von dem Strand und dem Meer zu sehen, dass die völlig kaputt ist, siehst du nicht. Und klar, dieses Leben, es wird dir vorgegaukelt, es ist erstrebenswert und es ist gut und jeder denkt immer so, boah, krass, hast du die Story gesehen und bla und die ist wieder perfekt gestylt, aber dass die morgens irgendwie zweieinhalb Stunden nicht aus dem Bett kommt, weil sie Depressionen hat, weil sie immer perfekt sein muss, es ist alles fake und ich will in diese fake Welt nicht rein, weil ich die sehe, weil mich die traurig macht, weil mich die auch krank macht, irgendwo zu einem gewissen Stück, weil ich mich immer davon fernhalte, ich möchte das nicht in meinem Leben und dann möchte ich nicht auch noch Teil davon sein, und vielleicht, so die Leute fragen immer, warum machst du keine Insta-Posts und sonst was so, warum soll ich jetzt mein Essen fotografieren, so, weißt du, wie ich meine? Ja. Schwierig. Ich will da kein Teil davon sein, ich will die Gesellschaft nicht noch beschissener machen, als sie eh schon ist und ich sehe ja diese Dinge und sie stören mich und dann will ich nicht unbedingt auch noch Teil davon sein und dann das Ganze noch supporten und fördern und noch mehr Leuten sagen, hey, es ist ja strebenswert, dies und bla und nein, es ist nicht, es ist ja strebenswert, dass du nach Hause kommst, dass da ein Mensch ist, der dich liebt, so wie du bist, der dich mag, ob dir jetzt irgendjemand zuschaut oder nicht zuschaut, der nicht da ist wegen 100 Leuten, sondern wegen dir, was echt ist. Ja. Das ist ja strebenswert, dass du gesund bist, dass du glücklich bist, dass du vor allen Dingen mental gesund bist. das ist ja strebenswert. Ja, ja, definitiv und das geht aber leider verloren, weil wir halt, Social Media hat inzwischen so, das ist so der Mittelpunkt unseres Lebens inzwischen geworden oder irgendwo, Social Media ist ein großer Ankerpunkt geworden in unserem Leben, ja, die Welt ist ohne Social Media nicht mehr ganz so wegzudenken, was gleichzeitig aber auch dazu geführt hat und das sind halt so diese Schattenseiten von Social Media, Social Media hat uns krank und dumm gemacht. 100 Prozent. Die meisten Influencer da draußen, die euch glücklich machen, sind deep down richtig sad, richtig traurig. So, und ich kenne ein, zwei Kandidaten, die sind, die sind, die machen so viele Menschen glücklich, die zaubern so viele Menschen da draußen ein Lächeln, aber innerlich, die sind gebrochen, die sind, das sind gebrochene Individuen, das sind wirklich gebrochene Individuen, wo du, wenn du schon so, vor allen Dingen, wenn du die kennst, es dir wirklich vom Herzen her leidtut, so etwas zu sehen. Und alle, alle da draußen so, die vielleicht mal danach so streben oder finden das cool, passt ehrlich, genießt all diese Dinge mit Vorsicht. Vor allen Dingen, wenn ihr auch kleine Streamer gerade seid, ja, also wir reden jetzt, ich schreie jetzt von Streaming, ich möchte das gar nicht so dramatisieren, wenn ihr Spaß da dran habt, das kann sehr viel Spaß machen, das kann Spaß machen mit so, mit paar Leuten sich im Chat zu unterhalten und das ist auch eine coole Sache. Aber denkt einerseits da dran, das ist nicht die richtige Welt und andererseits auch, es gibt im Leben so viel Erstrebenswerteres als das. Es gibt im Leben so viel Erstrebenswerteres als Likes und Klicks und Views und Subs und Bits und hast du nicht gesehen? Familie zum Beispiel, ja, deine Gesundheit, dein Partner, mit dem du vielleicht mal ein Leben verbringen willst, das, was euch Social Media bringt, ist nichts weiter als, alles, was eigentlich schändlich ist, was in den letzten 100 Jahren so als schändlich betrachtet wurde, ist heute irgendwie normalisiert und voll in Ordnung. Das wird wahrscheinlich in den nächsten 50, ich sage ehrlich, wenn wir in Rente, wenn wir offiziell in Rente gehen, wir werden in der Gesellschaft an einen Punkt kommen, wir werden die Gesellschaft nicht mehr wiedererkennen. Ich glaube, es entwickelt sich gerade in diese Richtung, gerade wenn du die Social Media beobachtest, Ich sage dir eine Sache, nimm einen 20-jährigen, nimm einen 20-jährigen jungen Mann, mach aus dem Superstar und lass ihn das Leben mit Ferraris und jede Woche eine andere und Groupies und werfende BHs und 200 Frauen und dann setz ihn in eine Zeitmaschine, nimm ihn zurück zu dem Punkt, such ihm eine Frau, die ihn von Herzen liebt, die ihn immer unterstützt, die mit ihm zusammen wächst, lass ihn dieses Leben leben und dann fühl ihn wieder zurück und lass ihn entscheiden, er wird immer diese eine Frau nehmen, wer dieses Gefühl durch nichts zu ersetzen ist. Ich heule gleich, ich heule gleich. Es ist so, Bro, es ist so und jeder, es ist so und jeder Mensch, du versuchst dein Herz, jeder Mensch hat irgendwo ein Loch und jeder versucht dieses Loch immer zu füllen, sei es mit materialistischen Dingen, sei es mit Drogen, sei es mit Frauen, mit Sex, mit sonst was, diese eine Sache, die dein Herz wirklich füllt, wird dir nie diese Plastikwelt geben können, niemals, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, es kann nicht gehen, weil das ist, das sind immer echte Dinge, Dinge, die von innen kommen, wahre Liebe, Gesundheit, Dankbarkeit, das sind die Dinge, die dich glücklich machen und dieses Loch füllen und dieses Loch hat jeder, der nicht im Genuss dieser Sachen ist und da kannst du noch so reich sein, da kannst du noch so berühmt sein, da kannst du noch so viele Groupies haben, es wird dich nur noch trauriger machen und dieses Loch noch größer und da ich ein sehr, sehr großes Loch habe und eine sehr schwere Vergangenheit habe, weiß ich, dass dieses Leben mich zerstört hätte, komplett und deshalb habe ich mich ferngehalten, ich hatte die Chancen, ich hätte dahin können und dahin können und in diese Bubble und das, es hätte mich kaputt gemacht und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, ich habe nie wirklich damit gehadert oder so, man hat schon mal darüber geredet, ich habe ja auch Management, dies, das, aber ich musste es niemals vor mir selbst rechtfertigen, niemals, weil es immer so ein Grundding in mir war, wo ich weiß, es ist richtig, es hätte mich zerstört und es zerstört fast jeden, es mag Menschen geben, die für das Leben geboren sind, die damit umgehen können, die so sehr mit sich im Reinen sind, dass es bei denen dieses Loch nicht gibt, aber jeder Mensch, der dieses Loch kennt, der fühlt, was ich sage, für den wäre es der Untergang. Weißt du, was wir brauchen, Luca? Weißt du, was wir brauchen? Abgesehen von einem Schluck Paulaner Spezi, ja, ab und zu, ich sage dir ehrlich, Bruder, ich glaube, wir sind so Kandidaten, wir sollten das Maximum auch sehen, was wir machen. Der Rentner-Talk. Weißt du, was ich mir vorhin gedacht habe, Pagatori, weißt du, was ich mir vorhin gedacht habe? Ich habe mir vorhin gedacht, ich fahre so oft dumm im Kreis in Würfelpark, wenn du jetzt Zuschauer einladen würdest, reinzukommen und einfach mal ihre Probleme, ihre Sichten, sonst was, so eine Art Talk über Ansichten, über dies, über das, hätte tausendmal mehr Wert als eine Milliarde mal um Würfelpark fahren und irgendein Bullshit labern. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist dieser Struggle, Bro, den habe ich gerade. Ich hätte auch, boah, jetzt umso besser, verstehe ich jetzt einen Punkt. Also, ich würde mir das auch mal wünschen, mal im RP einfach mal mit jemandem da zu sitzen, über die Gott und die Welt zu philosophieren und mal solche Talks zu haben. Das wäre geil, das wäre für mich ein Highlight, was es noch im RP geben würde, weil ich kann so einen Talks, kann ich zum Beispiel mit meinen Jungs noch haben, ich kann zum Beispiel mit dem Azrael solche Talks haben, ich kann mit einem Arben solche Talks haben, weil das sind Leute, die haben eine deepe Story. Weißt du, ich habe auch mit denen meine allerersten beiden Podcasts habe ich mit Azrael und Arben gemacht, das sind Leute mit einer deepen Story so und das sind diese Jungs, die werde ich noch mal einen Podcast einladen, aber dann Face-to-Face und ich glaube, der Talk wird noch mal mehr Gänsehaut, weil das sind Leute, die haben wirklich eine Geschichte. Und das sind Leute, die haben das Leben erlebt und das sind Leute, mit denen kann man über das Leben philosophieren so ein bisschen. Ich glaube, wir beide sind so Charaktere, ich glaube, wir müssen einfach nur das Maximum aus dem, was wir hier machen, rausholen, uns ein paar Immobilien kaufen, damit wir abgesichert sind fürs Leben, vielleicht das ein oder andere kluge Investment tätigen und dann, keine Ahnung, dann weg, Bruder, dann weg, lass das Internet hinter uns, Bruder, einfach mit 50 oder so dann eine Angel kaufen gehen, Bruder, ein, zwei, paar Nachrichten. Wir machen so ein Aussteiger-Dorf. Aussteiger? So hippies, wir flechten uns, flechten uns so bunte Dinge in die Haare. Ja, genau so ein Ding, so wie bei, wie heißt das, dieses Dorf in GTA, da oben am Mount. Hä, das ist ein Nudistendorf, das ist auch ein Lachkick, das ist auch ein Lachkick, das ist ein Rüter-Glupa. Auf jeden Fall, wir haben jetzt echt vieles über Gott und die Welt philosophiert, das Ding ist, aber hat Spaß gemacht. Mir auch, oder wirklich, also ich bin sehr froh, mit dir diesen Talk geführt zu haben. Es gibt, bei einem Podcast, habe ich immer bei diesem Format, die Frage vom letzten Podcast, vom letzten Gast, die stelle ich immer dann der nächsten Person im Podcast und der letzte Podcast-Gast war Mandela, okay, Mandela hat auch einen sehr, sehr, sehr coolen Podcast, also war sehr, sehr wild, gab auch schon die Also auch ein lieber Junge. Ja, Mandela ist OZ, der ist korrekt, ist ein sehr stabiler Dude, der ist Lachkick. Das ist eigentlich einer von uns, der hat genauso den selben Knacks und der hat folgende Frage gestellt, ja, und das Wichtige ist, du musst den für den nächsten Gast, natürlich sage ich dir nicht, wer der nächste Gast ist, die nächste Frage stellen, okay, also denk dir schon mal eine Frage aus. Die Frage von Mandela war, was war der größte Fehler, den du gemacht hast? Das ist eine Diebfrage. Puh, Boah, das ist eine krasse Frage, Alter. Der größte Fehler, den ich gemacht habe. Boah, das sagt, ich glaube, so eine Antwort kann auch viel über eine Person auch sagen, je nachdem, wie man über diesen Fehler steht. Ich glaube, der größte Fehler, den ich gemacht habe und ich glaube, den größten Fehler, den eigentlich so ziemlich jeder machen kann, wenn man sich ein bisschen mit sich beschäftigt, fühlt man das vielleicht, dass ich zu spät aufgehört habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie mich andere sehen und zu spät angefangen habe, mir zu überlegen, wie ich mich selber sehe, wie ich sein möchte und was ich hinterlassen will und vor allen Dingen zu spät angefangen habe, mich selber kennenzulernen, wobei, gerade bei so einem Thema, besser zu spät als nie und ich kann auch nur jedem raten, beschäftigt euch mit euch selber, so wenn man, wenn man keine Stille erträgt, wenn man mit sich selber nicht irgendwie mal eine Stunde in der Stille erträgt, dann stimmt irgendwas nicht, beschäftigt euch mit euch selber und gebt nichts drauf, was irgendwie andere über euch denken oder wie euch andere sehen, wichtig ist nur, wie ihr euch seht, wenn ihr in den Spiegel guckt, das ist wichtig, ich glaube, das ist so der größte Fehler, den ich gemacht habe, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, sehr viele, sehr schwerwiegende, große Fehler, Fehler, womit ich mich verletzt habe, womit ich andere Menschen verletzt habe, die ich sehr bereue, wo ich schade finde, dass ich keine Wiedergutmachung leisten kann, aber um sowas zu verhindern in Zukunft, ist der einzige Weg eigentlich, sich selber besser kennenzulernen und zu verstehen, warum man oft so tickt, wie man tickt und dann einfach jeden Tag versuchen, ein bisschen besserer Mensch zu werden. Soll ich dir noch einen Funfact über mich verraten, der mein Leben verändert hat? Ich bin offen für alles, Bruder. Es ist so lächerlich und so dämlich, aber diese eine Situation hat mein komplettes Leben für immer verändert. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich war auf einer Schulung in der Toilettenpause und habe gepinkelt. Und ich drehe mich um und gehe aus der Kabine raus, gehe zum Händewaschen und merke, ich habe nicht runtergespült. Und dann war ich schon an der Tür und an der Tür halte dieser Spruch von meinem Opa in meinem Kopf. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und gehe zurück und spüle runter. Weil es einfach eine Kleinigkeit ist. Ja. Aber du möchtest auch nicht auf ein voll uriniertes Klo gehen, oder? Nein, natürlich nicht. Richtig. Und ich weiß nicht, warum. Es ist eine Lappalie und jeder wird jetzt sagen, hä, was ist los mit dem? Aber das hat irgendwas in mir verändert. Diese eine Aktion hat irgendwas in meinem Leben verändert und seitdem achte ich mehr auf andere Menschen. Es war so eine Kleinigkeit, aber seit diesem Tag achte ich mehr auf andere Menschen und überlege mir, wie Dinge auf andere wirken und denke nicht nur an mich. Ich war davor ein furchtbarer Mensch, Agatore. Ich war kein guter Mensch. Real talk. Ich war, ja, ich war 22, 23, 24 Jahre der schlechteste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Und ich schäme mich, bis heute dieser Mensch gewesen zu sein. Und, äh, dass ich da fast totgeschlagen wurde, ist mit Sicherheit Karma und das Beste, was mir jemals passieren konnte. Wow. Weil ich dann erst mal angefangen habe zu überlegen, was ich da eigentlich treibe in meinem Leben. Und ich bin froh, dass es passiert ist. Viele Leute da draußen denken immer, warum ich, warum passiert es mir und es passieren so viele schlimme Dinge auf der Welt. Aber ich verspreche euch, wenn ihr eine gewisse Grundeinstellung habt, wenn ihr gewisse Glaubenssätze habt, wenn ihr reflektiert und wenn ihr ein Bewusstsein für euch und für die Welt habt, wird der Tag kommen, an dem ihr wisst, warum diese Dinge passiert sind und plötzlich wird alles in Sinn ergeben und du wirst dir denken, egal wie traurig ich war, egal wie viel ich geweint habe, egal wie viel ich gelitten habe, ich bin so froh, dass das passiert ist, weil es hat mich genau zu diesem Moment gebracht und genau in dem Moment bin ich da, wo ich sein muss. und das ist ein abgefahren krasses Gefühl. Wow. Drum hadert niemals mit der Zukunft, mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nicht real, die Zukunft ist nicht real, immer nur der Moment und wenn ihr denen im Maximum lebt und euch Mühe gebt und korrekt seid zu anderen Menschen, wird der Tag kommen, an dem ihr über die ganze Scheiße lachen könnt und das ist ein sehr schöner Tag. Wow. Das ist sehr, sehr, sehr deep, oder? Es ist auch Ich muss da einerseits natürlich jetzt gerade lächeln. Ich habe so noch nie mit meiner Community geredet, die werden todesauer auf mich sein. Nein, natürlich. Also ich glaube, du hast gerade einfach ein anderes Kapitel eröffnet für dich, Bruder. Also das, ich bin wirklich froh darüber, dass du so einerseits auch irgendwo offen und über gewisse Sachen geredet hast, weil die Sache ist so, ich bin ein bisschen im Lenk, ich bin ein bisschen schamlos, was das dann geht. Ich frage einfach und gucke, was dann dabei rumkommt. Niemand ist gezwungen, mir auf meine Fragen zu antworten und niemand ist gezwungen, tatsächlich irgendwie so viel Auskunft über sein Leben zu geben, weil das ist immer noch ein großer Schritt. Ich habe eine Sache gemerkt in meinem Leben und das war glaube ich der Turning Point bei mir ist. Um mit gewissen Sachen abzuschließen, muss man einmal darüber geredet haben. Das muss einmal raus aus die Welt und es muss nicht die gesamte Welt mitbekommen, sondern es müssen vielleicht die Leute mitbekommen, denen man am nächsten steht. Das definiert ja jeder für sich selber. Aber ich habe gemerkt, wenn ich gewisse Sachen einfach mal ausspreche oder mal darüber rede, dass es mir im Nachhinein viel besser tut und dass ich viel, viel besser damit leben kann bei manchen Sachen, als natürlich so im Stillen nur im Stillen tatsächlich zu leiden. Weil das ist das, was halt die Männerwelt so ein bisschen so tut, was auch einerseits, es ist einerseits richtig, andererseits aber auch ist es halt wichtig, irgendwo eine gewisse Bruderschaft um sich herum zu haben oder eine gewisse oder Person mit du eine gewisse emotionale Bindung hast, mit denen du wirklich alles teilen kannst und wirklich alles teilen kannst. Das ist etwas, was du glaube ich, das ist das, wonach man auch streben sollte im Leben. In Diesseits. Das ist so, dass du etwas hast, wo du immer wieder Zuflucht finden kannst. Bei vielen ist es vielleicht deren Partner, bei dem einen ist es vielleicht der eigene Bruder oder der beste Freund oder der Vater, die Mutter, was auch immer. und ich finde, ich sehe, dass ich heute darüber ein bisschen, ich sehe halt das heute ein bisschen besser, positiver. Du musst nicht, als Mann musst du nicht in Alleingang leiden. Das musst du nicht. Da draußen sind Menschen, denen bedeutest du etwas. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und ich danke dir erstmal vielmals, Bruder, dass du auf jeden Fall bei diesem Podcast dabei warst. Ich danke dir, dass ich da sein durfte, Bro. Ich habe auf jeden Fall ein paar Learnings heute mitgenommen, tatsächlich. Ich hoffe, die Community hat mich. Das freut mich. Das war schön, hat Spaß gemacht. Mir ebenfalls. Die Frage ist von dir jetzt nur noch, natürlich, die letzte Frage, welche Frage würdest du dem nächsten Gast stellen? Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer es ist, umso spannender macht es natürlich. Boah, es darf halt auch nicht so eine 0815-Frage sein, ne? Wir haben aber sehr, sehr viel geredet. Oder deswegen halt, ich glaube, es ist besser, wenn ich beim nächsten Mal immer dem Gast sage, ey, denk dir schon mal eine Frage aus, das wird am Ende deine Aufgabe sein, am Ende des Podcasts. Ja, das wäre einfacher gewesen. Boah, keine Ahnung. Ich bin gerade, ich bin gerade leer, ich habe gerade so viel nachgedacht, aber mir fällt nichts ein. Weil ich kann die Community helfen, wir haben ja viele Leute, die gerade zuschauen. ansonsten einfach irgendeine Klischee-Frage, drei Dinge, die du, nee, warte mal, nee, nee, das ist nicht gut. Weißt du, was ich gerade am interessantesten fand? Was? Dein Wendepunkt im Leben, dein Wendepunkt im Leben, der irgendwie was bei dir verändert hat. Vielleicht was in dem Sinne, weil das war gerade wirklich, das war gerade wirklich etwas, wo ich tatsächlich, wenn man so wirklich drüber nachdenkt, auch wenn es eine lustige Story ist, das ist wirklich eine deep Message. Auch wenn es um Pisse geht. Ja, es war so eine Kleinigkeit einfach. Ja, es ging halt um Pisse irgendwie. Wenn du noch, wenn du noch, wenn du noch einen Monat zu leben hättest, was würdest du tun? Uh, deep, deep down, Bruder, deep. Okay. Alles klar. Meine Mods wissen auf jeden Fall Bescheid, sie müssen sich das jetzt notieren. Dementsprechend, Luper, vielen, vielen lieben Dank, dass ich heute das Privileg hatte, mit dir diesen Talk zu haben. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, die Leute dabei auf Spotify, YouTube, hier auf Twitch gerade, habt ihr sehr, sehr viel Spaß. Dankeschön. An der Stelle, wir sehen uns beim nächsten Podcast. Zum nächsten Mal. Kuss geht raus. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Mach's gut. Ich dir auch, Bruder. Pass auf dich auf. Ciao, ciao. Kuss, kuss. Ciao.